Und damit willkommen zurück zu Die Siedler, das Erbe der Könige mit der Flut. Es ist ja mächtig schiefgegangen in Claycourt letztes Mal. Die Siedler, das Erbe der Könige mit der Flut. Er hat das Ding noch nicht selber gebaut. Doch wie sollte das geschehen? Ohne abermalige Hilfe des ein wenig eigentümlichen Erfinders würde dies wohl kaum gelingen. Leider hielt seine letzte Maschine den ständigen Regen nicht stand und zerbarst. Oh Dario, mein Freund, das Wasser ist nicht unser Element. Wurde nicht unsere kleine Burg, die wir als Kinder bauten, von einem Regenguss zunichte gemacht? Nun haben wir selbst einen ganzen Landstrich mit Wasser verheert. Dario, mein Freund aus alten Zeiten, wir sollten Leonardo aufsuchen und schauen, was wir tun können, um das Problem zu beheben. Die Leute aus Barmessia unterstützen uns. Sie sind uns trotz allem dankbar für den Regen. Die lange, schwelende Feindschaft zwischen Barmessia und dem benachbarten Claycourt aber ist ausgebrochen. Die Truppen aus Claycourt rennen gegen die Verteidigungsanlagen von Barmessia an. Es ist besser als die Truppen von Barmessia, die rennen gegen die Luft an. Es ist ungewiss, wie lange Barmessia dem Stand halten kann. Ein Ende des Regens könnte die Parteien womöglich zur Vernunft bringen. Jo, ich würde mal behaupten, dass nach monatelangem Regen das hier ein bisschen anders aussehen würde. Ich weiß, wie schnell so ein Hochwasser passieren kann. So, wir brauchen unser ganzes Zeug. Elias geht mal zu Leonardo. Flami, du warst, glaube ich, die ganze Zeit da. War zwischendurch die Musik weg? Weil ich hatte das Desktop-Audio ausgemacht, damit die Erdbeider-Königelmusik nicht verunreinigt. Aber dass sie nicht auch noch läuft. Na gut. So, da ist ein Lehmschacht. Wie ihr wollt. Ja, natürlich. Wie ihr wünscht, mein Herr. So, wir können jetzt weiter rauszoomen. Das Problem ist, wenn wir zu weit rauszoomen, dann passiert das hier. Aber das ist schon mal wesentlich besser. Und nach Barmessia werde ich wahrscheinlich auch die Spielerfarbe ändern. Dafür muss ich das Spiel nur einmal neu starten. So, Steinbruch und hier geht es nicht weiter. Dann schauen wir mal, was hier so ist. So, ihr baut das Teil und wir kaufen Leibeigen acht Stück. So, und ihr fangt an, hier Holz zu schlagen. Ja, wie ihr wünscht, mein Herr. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Bergmann nimmt seine Arbeit in einer Mine auf. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Baut mehr Bauernrufe, um all eure Siedler versorgen zu können. Jupp. Kein Problem. So, jetzt müssten die aber eigentlich sofort weiterbauen. Jereck, schau dich mal hier um. So soll es sein. Helplik. Jo. Jawohl. Wie ihr wollt. So soll es sein. So soll es sein. So soll es sein. So, Helios. Spielst du jetzt mit SPX? Die haben ich beim letzten Mal auch schon, aber irgendwie war das noch nicht ganz richtig installiert. In Ordnung. Ja. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Bauer beginnt eure Siedler mit Magen. Es ist teilweise so schwer zu sehen, was nur Pfützen sind und was richtig Wasser ist. Gut. Ja. So, hier ist noch ein Siedlungsplatz. Ja. Ja. So, dann ist das nächste Order eine Hochschule. Ich wollte erst Grundschule sein. Was ein schönes Tag. Ja. Das ist wirklich. So, ich muss consumen. Drink. Es ist Zeit Tag. Ja. Drink. So, Holzfäller. Wobei das mehr um... Wobei gut, Holz brauche ich auch, aber das geht mir da eigentlich mehr um Platz. So, ich würde sagen, wir rushen Konstruktionen. So, Helios, spricht man mit Leonardo. Und diesmal wird es klappen. Dazu werde ich jedoch viele Rohstoffe benötigen, Helios. Als erstes bräuchte ich dafür jede Menge Holz. Besorgt mir erst einmal dies und dann werde ich euch kundtun, was als nächstes vonnöten ist. So, ich will die Bekehrunfähigkeit mal ready haben, falls irgendwas ist. Ich finde nur, das Spiel entscheidet sich gerade nicht, ob Leonardo die erste Wettermaschine gebaut hat oder nicht. Weil so, wie sie es in Claycourt gesagt haben in der Mission, hat er sie ja nur gefunden. Das war dann noch ein altes Teil aus Cerons Zeit. Und jetzt tun alle so, als hätte er das Teil gebaut. Ja, jetzt baut er eine komplett neue, aber wie gesagt, alle tun so, als hätte er auch die alte gebaut. Genauso wie sie sich auch nicht entscheiden können, wie wichtig Kerberos Stellung eigentlich ist. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass die Vorkommen teilweise, also die kleinen Rohstoffvorkommen, nicht annähernd, ihre Größe widerspiegeln von dem, was man so sieht. Genau, das Hüderin hat jetzt Sound. Wobei es sein könnte, dass ich dafür den Cooldown erhöhen muss, je nachdem, wie viel das genutzt wird. Ja, wie ihr wollt, wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja, mein Lord. Sehr wohl. Hoch. Dario, komm aus dem Stein raus. Ja, mein Lord. Wie ihr wollt, ja, mein Lord. Natürlich halte ich mich da dran. Jetzt mit dem Sound kann es mir auch eigentlich nicht entgehen. Wie ihr wünscht. Ja, mein Lord. Natürlich. Zahltag. So. Hierfür benötigt ihr mehr Thaler. Einen zweiten Lehmschacht sehe ich nicht. Das heißt, wir brauchen noch eine Hütte. Eher noch zwei. Sofort. Aber wenigstens geht das Holzfällen einigermaßen schnell. So, was können wir nochmal erforschen? Im Moment gibt es nicht wirklich was zu erforschen, weil wir zu wenig Geld haben. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Es gibt nicht genug zu essen. Ähm, was kostet der Ausbau nochmal? Holz und Stein. Es wird bestimmt der letzte Stream des Jahres sein. Genau. Kärtig, Meister. Sie schebert. Ja, ja. So, ihr kümmert euch im Leben. So, wir erforschen einfach mal Alchemie. Einfach damit die Gelehrten was zu tun haben. Fertig. Jupp. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Äh. Ich finde es ein bisschen schade, dass, äh, man würde meinen, dass den Siedlern es deutlich weniger gefällt, ähm, kein Haus zu haben, wenn es Winter ist oder regnet. Und, fertig, wird erledigt. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Fertig, Meister. Es ist Zahltag. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Jupp. So, nochmal fünf Habeigene. Dann geht ihr auch Leben farmen. Überall ist das. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ja. So, hier gibt's Eisen. Ist hier auch ein Schacht? Das sieht nach Schacht aus. Jawohl. Sehr wohl. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ausbau vollbracht. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. So, kann ich hier schon irgendwas machen? Habe ich? Scheint nicht so. So gut ich kann. So gut ich kann. So soll es sein. Natürlich. So gut ich kann. Wenn's denn sein muss. So Färtenlesen hätte ich auch irgendwann mal bei Gelegenheit gerne. Was kostet mich so viel wie zehn Live-Eigener? So. So gut. So gut. So, ich kann theoretisch Leonardo schon mal sein Holz geben. Aber ich warte noch ein bisschen. Ich will zumindest das Sägewerk vorher haben. Spiel. Hallo? Dankeschön. Jo, wenn's denn sein muss. Ihr habt nicht genug Taler. Jo, ich glaub, das hat Oliver Kalkofe auch gesagt, als sie das Add-on gemacht haben und sie dann nur noch irgendwie die paar Wandsleins aufnehmen konnten, dass er nicht mehr da ist. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Beim ersten Mal besetzt ihr bitte das Dorfzentrum. Aber gern? Sicher? So, und damit wir das Dorfzentrum gleich ausbauen können, brauchen wir noch Bildung. Aber da ich keinen zweiten Lehmschacht sehe, außer er versteckt sich zufällig genau hier. Ja, ja. Ja, ist gut. Natürlich. Für uns morgen für die, äh, 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 Tchinsk stressig, äh, oh. Ja. Da hatten, mit denen hatten wir tatsächlich bis jetzt noch keine Probleme wegen Silvester. Aber ich gehöre zufälligerweise auch zu diesen Menschen, die sagen Privates Böllern ist mehr Ärger, als er wert ist So von mir aus dann halt sollen sie das auf öffentlichen Plätzen machen, beziehungsweise vielleicht auch, dass dann Leute ihre eigene Böller machen können, dass du halt, dann kannst du da halt Krankenwagen da haben, Feuerwehr da haben Aber sorry, es gibt zu viele Menschen die nicht verantwortungsbewusst mit Sprengstoff umgehen Ich bin fertig hier, kann ich jetzt Feierabend machen? Aber gern Alle eure Wohnhäuser sind belegt Aber es gibt noch Die Chins bekommen das mit, die sind ja Nacht aktiv Aber ich habe noch nicht gesehen, dass sie also wenn sie jetzt auf Sachen reagieren, dann habe ich noch nicht gemerkt, dass sie auf Lärm reagieren Ich glaube, wir haben auch bis jetzt fast jedes Silvester irgendwie auswärts Fältig aber ich glaube, sie sind auch bis jetzt ich denke, dass sie so es bringt ihr sie sie wie sie 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 So, wir bauen noch eine Lebenhütte. So, Bildung und Pferden lesen. Pass auf, Helios, du rennst mal gerade rüber, weil dann übergeben wir Leonardo bald sein Zeug. So, hier wollen wir später auch noch den Ausbau haben. So, ihr baut danach noch einen Bauernhof. Und zwar da drüben, weil dann könnt ihr nämlich dort auch die Sägemühle bauen. So, 300 Steine brauchen wir für den Ausbau des Dorfzentrens. Gibt es schon ein Hafenschiff in dem Game? Nein. Das Add-on hat Brücken hinzugefügt, aber die kannst du auch noch an bestimmten Stellen bauen. Es gibt nicht genug zu essen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Hierfür benötigt ihr mehr Taler. Hunter, meine Denke war eigentlich mehr, dass halt so die Ressourcen, du willst die Ressourcen ja, die du veredelst, willst du ja verbrauchen. Wobei, das Ding ist ja, ich wusste halt nicht, wie gering der Verbrauch eigentlich ist von den Teilen hier. Also, klar, sie brauchen zwar irgendwie schon ein bisschen was zum Starten, aber die nehmen ja irgendwie einmal pro Arbeiter fünf Einheiten und dann machen die damit die ganze Schicht weiter. Das wird am Ende immer nur mehr, je mehr Motivation sie haben. Das heißt, die Dinger machen praktisch ja ihre Rohstoffe aus dem Nichts. Heißt aber auch, man muss sich keine Sorgen machen, dass man am Ende kein Rohmaterial mehr zum Veredeln hat. Das ist irgendwie immer so meine Sorge. So, wir bauen die Festung. Warte, wir brauchen noch mehr Tal dafür. Zwingt an, den hier zu veredeln. Ja, aber wenn du nicht veredelst, hast du auch sehr wenig zu bauen. Das ist ja das, was sie im Vergleich zu den Teilen davor so entkernt haben, sodass du das Sägewerk erforschen musst, statt dass das eines der ersten Gebäude ist. Das ist eigentlich so anti-Siedler. So, wir bauen mal eine Kaserne. Weiß nicht, wohin. Achso, wir hatten keine Taler, ne? Erforscht die Universitätssachen schneller? Oder lohnt sich das erst, wenn ich auch ihre Technologien haben will? Es ist so viel drin in den Minen und vielleicht die Veredler nehmen ja wirklich fast gar keine Rohstoffe. Also der Multiplikationsfaktor ist so absurd hoch. So, wir brauchen langsam auch mal Eisen. Na gut, hat mehr Gelehrte. Ja, das klingt eigentlich gut genug. Herr, man hat euch mit einer neuen Aufgabe betraut. Ah, dank für das Holz. Allerdings brauche ich noch weitere Baustoffe. Ein alter Mann, wie ich es bin, ist nicht in der Lage, selbst noch den Rücken krumm zu machen. Also bringt mir nun Lehm, auf das unsere Aufgabe gelöst werden solle. Im Nordosten ist ein Händler, der euch bei Engpässen möglicherweise unter die Arme greifen kann. So, was ich auch so seltsam finde. Ich glaube, hier baut er auch seinen Wetterturm, aber er baut kein Wetterkraftwerk oder so. So, die Regeln, nachdem das alles funktioniert, sind nicht super klar. So, wir wollen Zahnrad. Gibt es in dem Game Belagungswaffen? Kanonen gibt es. Aber ich glaube, die sind ziemlich useless, weil Arbalestenschützen so OP sind. Und so eine absurd hohe Reichweite haben. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Es gibt nicht genug zu essen. Jupp. Nichts lieber als das. Genau später gibt er uns den Zugang zu beiden. Fertig, Meister. Kann natürlich sein, dass seine Variante dann praktisch die perfektionierte Version ist. Vielleicht die ursprüngliche Wettermaschine, seine ursprüngliche Version nicht unbedingt als Wetterkraftwerk brauchte. Aber das finde ich halt so widersprüchlich. Sie haben diesen riesen Aufriss gemacht mit der Story, haben sich hier die Helden überlegt, mit den Designs und den Sprechern, haben Oliver Kalkofe synchronisieren lassen. Und dann haben sie sich aber irgendwie beim Worldbuilding nicht so viel Mühe gegeben. Und wir haben eine neue Technologie erforscht. Oder auch bei der Charakterisierung der Leute. Es ist Zeitdard. Beziehungsweise, vielleicht hatten sie auch einfach nicht genug Zeit. Also ich habe aber auch bei einigen Missionen das Gefühl, dass die in einer anderen Reihenfolge ursprünglich gedacht waren. Zumindest jetzt so rückwirkend betrachtet. Ja, ist gut. So, 1000 Lehm, das ist kein Thema. Mit dem Händler müssen wir später sowieso noch interagieren. So, jetzt ist die Flasche auch leer. So. Ein schöner Ort, um tätig zu sein. Und die Mine bauen wir auch raus. Sound-Ellort testen ist eine gute Idee. Dann wissen auch alle, dass er funktioniert. Was ist das bitte für ein Sound? Der Sound ist aus dem Video Drink. Hier gibt's jetzt nix mehr. Wir haben alles abgebaut. Ausbau von Sägemühlen und Steinmetz-Hütten. Das Gebäude ist ausgebaut. Ach du Scheiße, was sagt ihr denn hier? Ihr habt nicht genug Wohnen. Ähm, ihr geht mal hier mit. Einfach nur, dass hier Platz ist. Es gibt nicht genug zu essen. Ihr braucht mehr Holz vor der Hütte. Ausbau-Karte. Ich werde mal den Sound-Saut mal in HGL übernehmen. Und unsere Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Weiß ich nicht. Welche müssen wir ist das? Genau, die große Flut ist das. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Und ein Steinmetz tritt in eure Dienst. Es ist soweit. Ihr könnt euer Haupthaus ausbauen. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlöse Siedler. Baut mehr Bauern. Es ist jetzt einmal dreimal sogar die gleiche Map. Also ich war vorgestern auch erstaunt. Aber man findet tatsächlich den Teil, wo man in der nächsten Mission Pilgrim findet. Der ist schon hier. Du kommst nur nicht hin. Gut, der schmied nicht das Eisen aus der Feste. Die holen immer aus der jeweiligen Grube. Aus der Festung oder aus einem Lager. Je nachdem, was am nächsten dran ist. Nichts lieber als das. Das Gebäude. Hier, die Steinmetze sind zum Steinstollen gegangen. Ja, also ab einem bestimmten Punkt muss man seine Veredelungsbetriebe eigentlich da drum legen. So, wir gucken denen mal kurz ein bisschen zu. Dann bauen wir nämlich aus, während die sich ausruhen. Mikro-Management. So, ich glaube aber die Zitarelle bringt uns in dieser Mission noch nicht so viel. Wir können die Sägemühle auch ausbauen. Und mit meiner Technologie können wir auch die Ziegelbrenner ausbauen. Und die drei Stück. Wir spielen einfach mal ein bisschen Größenwahnsinnig. So, ihr baut noch einen Bauernhof. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch Obdachlose-Siedler. Ausbau. So, dann bauen wir das Haus aus. Und das hier auch. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nicht zu essen. Ausbau vollbracht. Fertig, Meister. So, und dann bauen wir eine Schmiede. So, wenn man sich das jetzt hier so alles ansieht, da kommt schon ein gewisses Zen-Feeling auf. Ausbau vollbracht. Geschafft. Fertig. Ein Schmied beginnt mit der Arbeit. Eure Bauernhöfe produzieren nicht mehr viel Essen. Lehm, Stein und Thaler. Davon haben wir eigentlich ja genug. Röhrenmonitor. Oh ja, ich erinnere mich. Finger waren auch wild. Na gut. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Komm, wir bauen auch nochmal hier irgendeinen Stein mit... Vorausgesetzt, das passt mal irgendwo einer. Der ist ja ewig weit weg. Vielleicht später, wenn hier der Stein weg ist. Ähm, bis dahin gibt's im Moment nicht so wirklich, was wir mit Gebäuden groß lösen könnten. Wir können noch die Ziegelhütten ausbauen. Dafür brauchen wir nochmal einen Bauernhof irgendwo. Kein Problem. Vielleicht hier und hier. 200 Stein pro Ding. Das ist aber... Übel. So, was hätten wir vielleicht mal gerade machen können. Ein paar Schwertkämpfer in Auftrag geben und direkt aufrüsten auf Breitschwertkämpfer. Und dann machen wir auch die Rüstung. Ich finde es interessant, dass jetzt mit der Forschung die Kaserne gesperrt ist. Aber wenn ich vorher die Soldaten in Auftrag gebe, ist das kein Thema. Europa Universal ist vier. Ich muss noch eben Deutschland formen für zwei Achievements. Okay. Ich weiß, ich erinnere mich da an Star Trek New Horizons an die Stellaris-Mod. Dass man da ja auch nicht direkt mit der Föderation anfangen kann. Sondern die halt erst mal formen muss. Aus einer der vier Gründungsmitglieder. Ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Natürlich. Buch. So, ihr habt euer Zeug. Das heißt, wir kommen mal hier rüber. Ausbauen, ausbauen und nochmal ausbauen. Wobei, die Kirche können wir noch gar nicht bauen, ne? Ne, aus irgendeinem Grund hat das Spiel was dagegen, dass wir jetzt schon eine Kirche bauen. Oder eine Bank. Ich glaube, Banken geht sogar schon. Aber bringt nichts. So, bevor man eine Bank baut, macht es eigentlich mehr Sinn, einfach andere Betriebe zu bauen, die noch Steuergeld ergeben und noch was anderes produzieren. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Es gibt nicht genug zu essen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. So, Webstuhl. Oh, wir können sogar Stadtzentrum schon bauen. Cool. Das sollten wir bei Gelegenheit tun, einfach für die schnellere Laufgeschwindigkeit. Warte, die Bank kann dir Taler klauen, wenn du denen kein Haus und Hof gibst? Das stimmt, die machen ja nur zwei Ticks, ne? Statt vier, wie die anderen Gebäude. Yikes. Boah, wie schlecht mussten sie die Bank bitte machen, damit du mit weniger rausgehen kannst. Das finde ich jetzt gerade sehr seltsam. Ich konnte in Crawford schon die Alchemistenhütte bauen, aber hier darf ich es nicht. Wahrscheinlich wollten sie sich nicht sicher, ob man die Staatssachen veredeln kann und wollten sicher gehen, dass man nicht darüber Schwefel bekommt. Ja! Holen zwei... Nala, machen zwei mal zwei, also jetzt schon minus eins. Wow. Bisschen an. Und das sind aber so Sachen, wo man auch irgendwie so sieht, dass bei Bluebyte... Ich habe das Gefühl, bei Bluebyte Balancing... ...wurde da grundsätzlich mit dem Würfel gemacht. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Das Gebäude ist ausgebaut. All eure Wohnhäuser sind... So, ich glaube, wir können also mal ein paar Türmei bauen. Einfach nur für den Fall, dass... ...Claycott auf Ideen kommt. So, hochwertige Schuhe. Architektur und Architektur darf ich theoretisch sogar schon erforschen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Um keine Bogenschützen. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Ja, wir werden hier in der Mission, soweit ich mich erinnere, nicht viel kämpfen. Deswegen, finde ich, lohnt sich die Investition nicht wirklich. Heureka! So, jetzt sind unsere Arbeiter tatsächlich viel, viel schneller. Ist in Ordnung. Heik, ich musste hier überhaupt nicht kämpfen, deswegen ja. Natürlich. Nee, später kommt noch ein bisschen Stealth, aber... Ey, du redest doch jetzt schon mit uns quer über die Map. Wieso müssen wir jetzt nochmal zu dir laufen? Helias, kümmere dich drum. Hier gibt's nix mehr zu holen. Doch, das ist die Mission. Wobei dazu eigentlich nichts schief gehen kann. Ari kann sterben. Nee, die wird dann raus teleportiert. An den Eingang, wo du reinkommst. Es ist Zahltag. Boah, das ist ja schlimm. Mit dem Darius-Button da oben. Okay, die kommen da nicht dran. Na gut. Ich sehe, ob man die Steine, die man wegsprengen kann. Genau, Pilgrim ist noch gar nicht dabei. So, wir dürfen hierfür gar nicht mit dem Händler sprechen. So, will Leonardo jetzt schon Schwefel haben? Oder will er erst noch Eisen oder so? Ausbau vollbracht. Fertig? Ja, mein Herr. Ich brauche wohl noch eine gewaltige Menge Eisen, um das neue Meisterwerk bauen zu können. Solltet ihr nicht in der Lage sein, diese Menge selber zu fördern. Es gibt einen weiteren Händler, der Eisen im Lager haben soll. Na denn mal los. Ihr habt eine neue Händler, das Basisgerüst steht. Allerdings funktioniert die Technik noch nicht. Es fehlt einfach der Schwefel, um die Maschine ans Laufen zu bekommen. In diesem Gebiet scheint keinerlei Schwefel vorzukommen. Ihr müsst euch diesmal, wohl oder übel, an diesen Monopolisten wenden. Auch wenn es teuer werden wird. Eilt euch! Wie ihr wollt. So. So gut ich kann. Kann man nicht den Schwefel auch aus SF4 holen? Oh, das wäre schön. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Willkommen zu meinem kleinen Schwefel-Shop. Ihr werdet nirgendwo billigeres Schwefel bekommen als hier. Genau genommen werdet ihr nirgendwo anders überhaupt Schwefel bekommen. Bevor ihr also über die Preise meckert. Leider ist der Laden derzeit nicht in Betrieb. Dummerweise habe ich bei meinem letzten Besuch in Claycourt den Schlüssel in einer meiner vielen Vorratskisten vergessen. Und nun kann ich wegen den Kämpfen nicht mehr dorthin. Ich habe angeregt, dass die Diebin die Möglichkeit zur Begnadigung erhält. Sollte sie mir diesen Schlüssel bringen. Nehmt sie unter eure Fittiche. Wenn der Schlüssel wieder in meinen Händen ist, werde ich auch meinen Laden wieder... Schwefel-Shop, da kann man genauso gut Luft verkaufen. Ja! Es gibt einen versteckten Zugang zur Stadt. Die Diebin sollte in der Lage sein, hindurch zu schlüpfen. Meldet euch wieder bei mir, sobald ihr den Schlüssel habt. Die Raubritterin Ari wuchs als Findelkind unter Gesetzlosen heran und wurde daselbst kundig in Waffen. Obwohl sie ein Königsmahl trägt, waltet über ihrer Herkunft ein unergründetes Geheimnis. Aufgrund ihrer Verbindung zu den Ausgestoßenen der Städte kann sie im Gefahrenfall ihre Freunde zu Hilfe rufen. Sie strömen dann wie getarnte Tiere aus dem Unterholz hervor und stehen ihr bis zum Tode beiseite. Des Weiteren ist sie eine Meisterin der Verkleidung und kann sich so in jeder Stadt unerkannt bewegen. Dario ist tief berührt von ihrem Temperament und ihren Fähigkeiten. Und der Gemeinschaft wird sie eine große Hilfe sein. So! Wie ihr wollt! Helde Nummer 4! Aber ich bin erstaunlich, dass Dario jetzt, bis jetzt, er hat ja auch kein einziges Wort selber gesagt. Hatten die Probleme mit seinem Synchronsprecher, dass der so erst spät seine Lines aufnehmen konnte oder was ist da passiert? Erik war bei meinem Bäume jetzt im Wurrweselch. Ja! Oh, der war so OP! Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja! Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich glaube, nur Arie hätte man vielleicht ein bisschen mehr Schaden pro Schuss geben müssen. Arie hat weniger Reich, schaltet jetzt die normalen Wogen schützen. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Feinde haben einen Held attackiert. Meinen Verbündeten soll nichts geschieht. Ja, mein Lord. Die DLCs und die Add-ons spielen wir auch noch wahrscheinlich. Also, kommt auch ein bisschen darauf an, wie sich die Vivio machen wird. All die wird ein Haufen Arbeit. Er kann andere Held... Okay, ich wusste nicht im Kopf, dass... Also, ja, Drake hat jetzt einen Scharschuss, aber ich wusste ja, dass er sogar einen anderen Heldentod kriegt, weil du kämpfst ja in der Kampagne so verdammt selten gegen Helden. Ja, mein Lord. So. Ach, hier gibt es sogar noch ein Eisenvorkommen. Nicht, dass wir es benötigen. So, hier kommt nämlich nur Arie durch. Und hier spawnen sie auch wieder, falls sie in der Stadt sterben sollte. Einer eurer Anbeider wird angegriffen. Ist Not am Mann? Lassen Sie Frauen ran. Es ist Zeit, da... Freilich. Na gut. Ja. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Wenn ihr es für richtig haltet... Natürlich. So, jetzt nicht versehentlich eine Attack-Worder geben. Na gut. Freilich. Freilich. Wieso könnt ihr sie denn jetzt sehen? Wie ihr wollt. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Eine leere Kiste? Warum stehen hier leere Kisten? Ich stecke in Schwierigkeiten. Helft mir. Na gut. Was passiert euch, wenn man die Burg zerstören würde? Ich meine, das würde ja mit Arie ewig dauern, aber... Sicher. Wenn ihr es für richtig haltet. Na gut. Natürlich. Na gut. Wie ihr wollt. Ich hatte auch mal im Kopf, wie die Fähigkeit funktioniert. Kann ich dann jetzt gehen? Ergreift sie! Freilich. Dann durfte er mich, ob ich... Ich weiß nicht mehr, ob man schon... Ob es nur bei denen wirkt, die einen schon gesehen haben, oder eben genau bei denen nicht. Freilich. Weil gerade ich hab nichts angeklickt. Also, die Tarnung ist... War noch aktiv. Heureka! Da war er endlich, der gesuchte Schlüssel des Händlers. Ihr solltet ihn alsbald zum Händler bringen. Aber zunächst einmal solltet ihr versuchen, wieder heil aus der Stadt hinauszukommen. Der Weg durch den Geheimgang ist wieder geöffnet. Und dafür, dass Arie ja eigentlich so smart ist, greift sie halt auch wirklich alles an Gebäuden an, ohne dass man sie befehlt. Ich glaube, ganz ehrlich, ich kann mir sogar vorstellen, dass das eine Speedrun-Strat sein könnte, das mit ihr einfach, äh, in die Truppen reinzulaufen. Weil das wahrscheinlich schneller ist, äh, weil er sie hierhin teleportiert. Natürlich! Ja, mein Gott! Lass die Projekte hier nicht tracken. Ja, es hätte Age of Empires 2 schon 6-7 Jahre vorher. Aber ich habe tatsächlich gestern, glaube ich, noch in die Dateien mal reingeguckt. Also ich habe ein paar von den Skripten gefunden. Und es wurde auch schon mal gesagt, dass ursprünglich sich dafür was ganz anderes werden sollte. Auch wieder mit Völkern. Wobei die Datei Völker hier im Spiel enthält, glaube ich, wirklich nur die beiden Zeilen Afrikaner und Griechen. Und weiter sind sie mit den Völkern auch gar nicht gekommen. Ah, jetzt töten sie meine Leibeigen und dann ist es okay. Wobei Kanonen und Ballista-Türbe, die Projektile, die haben Tracking und Effektschaden, soviel ich weiß. Also, Flächenschaden, soviel ich weiß. Aber normale Pfeile halt nicht. Jetzt hält er sich die Nase zu. Ist das überhaupt derselbe Sprecher? Feinde greifen euch an. Leonardo hatte nach den Bauplänen eine Maschine geschaffen, welche die vorherige bei weitem übertraf. Diese Maschine konnte die Regenzeit tatsächlich beenden. Das Land, das Claycourt nahe der Stein- und Schwefelminen benötigte, konnte ihnen damit ein für allemal übergeben werden. Wohl war der Streit zwischen den beiden Städten nicht beigelegt, aber Claycourt war nicht mehr so feindlich gesinnt und zu Verhandlungen bereit. Total nett, dass wir den Mechanismus nicht in Aktion sehen. Die Helden beschlossen also, das Feld zu räumen und einen Lagerplatz zwischen den Städten im Westen aufzusuchen, um mit Barmessia in Verhandlung zu treten. Die junge Raubritterin Ari hatte Fähigkeiten, die von Nutzen sein könnten. So baten sie Ari, der Gemeinschaft beizutreten. Ari erkannte die gute Absicht der Helden. Zudem stand sie in deren Schuld, da diese sie befreit hatten, welche sie nun mit ihrem Beitritt ein wenig begleichen wollte. Dario schätzte ihre Fähigkeiten, doch auch sonst war es ihm nicht einerlei, sie nunmehr ständig an seiner Seite zu wissen. Was ich auffällig finde, davor die Miss- Hier, Claycourt, die Flut, Barmessia. Wir haben in der Mission Claycourt fast gar nicht mit Claycourt interagiert. Wir haben eigentlich fast nur mit Barmessia interagiert. Wieso gehen wir jetzt nach Barmessia, die uns sowieso schon mögen? Der jahrelange erbitterte Streit zwischen Barmessia im Norden und Claycourt im Süden um Land und Rohstoffe war wohl bekannt. Doch während es den Helden bereits gelungen war, Claycourt zufriedenzustellen, mussten sie nun auch Barmessia als Verbündete gewinnen. Ähm, ich glaube, ihr habt da was vertauscht, Leute. Seit vielen Jahren wollten die Bürger von Barmessia ihren Dom neu errichten, da er bei einem Erdbeben zerstört wurde. In ihm sollte ihr neuer, rechtmäßiger Herrscher gekrönt werden. Aber der Bau ging nur schleppend voran. Die Arbeiter brauchten viel Stein von den Minen im Osten, aber dieses Gebiet wurde von Claycourt kontrolliert. Der einzige Weg, Steine zu erhalten, führte über die Handelsrouten zu dem Dombauplatz im Nordosten. Aber all diese Handelsrouten waren aus verschiedenen Gründen unterbrochen und so wurden schon seit Wochen keine Steine mehr geliefert. Willkommen, weiser Herrscher. Barmessia braucht eure Hilfe. Barmessia will die seit Jahren geplante Kathedrale fertigstellen. Dafür brauchen sie Steine. Unglücklicherweise habe ich festgestellt, dass einige der Handelsrouten nicht mehr funktionieren. Und mit einige sind alle gemeint. Vielleicht sollten wir uns zunächst darauf konzentrieren. Lasst uns nun eilen. Ich frage mich, wie lange der Friede zwischen Barmessia und Claycourt wohl noch halten mag. So, ich weiß, dass tatsächlich auch irgendwann Kampfhandlungen ausbrechen, aber so viel ich weiß, ist das auch kein Thema. Ähm, pass auf. Dario geht scouten. Zumindest geht er einmal die ganzen Dinger ab. Wie ihr wünscht. Ja, Milord. Wie ihr wollt. Ich frage mich gerade, ob es möglich ist, diese Mission abzuschließen, ohne dass man Pilgrim trifft. Jawohl. Wow, was für eine Distanz zwischen den Siedlungsplätzen. Wie ihr wollt. Natürlich. Jawohl. Wie ihr wollt. So soll es sein. Jawohl. Ah, ein Eisenschacht, den man freispringen könnte, aber das bringt uns natürlich nichts, wenn wir Pilgrim noch nicht haben. Ja. Erstmal Schule bauen. Nee, erst mal ruhig Leben. Hier fehlt VoiceOver. Ja. Hier fehlt VoiceOver. Erstmal Schule bauen, damit man vor dem ersten Tick, äh, ja gut. Ich glaube, das hätte aber wegen der Cutscene auch gar nicht hingehauen. Die Uhr fängt, fängt die Uhr nicht sogar erst an zu laufen, wenn man eine Einheit, wenn man überhaupt Steuereinnahmen haben kann. Na gut, kein Problem. Wie ihr wünscht. So, hier ist noch ein Siedlungsplatz. Ich hoffe, Barmessia belegt den nicht. In Ordnung. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wünscht. Das kann ich gar nicht ab. Fertig? Ja. Achso, es sind sogar nur zwei Handelsposten. Ähm, okay, wieso ist das hier schon enthüllt? Das dürfte eigentlich noch nicht enthüllt sein. Ich habe getan, was ihr wolltet. Ein Bauer beginnt, eure Siedler mit Mahlzeiten zu versorgen. Es regnet. Ich glaube, wir müssen hier wirklich mit einem Lager arbeiten. So gut, schaut euch das an. Sie zerstören meinen schönen Markt, nur weil ich gerade meine Steuern nicht zahlen kann. Ich glaube, sie wollen ihn komplett zerstören. Dabei brauchen sie mich. Diese verdammte Bürokratie. Könnt ihr mir helfen? Aber sie wollen mir nicht erlauben, wieder einen Markt zu bauen, ohne dass ich meine Schulden bezahlt habe. Ja, mein Lord. Ich gebe mein Bestes. Ja, mein Herr. Wie ihr wünscht. So. Erstmal Steuerhinterzieher helfen. Ja, natürlich. Äh, pass auf. Wir bauen schon mal das Dorfzentrum. Einfach nur auf die Gefahr hin, dass Bar Messia sich den sonst krallt. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, wie ihr wollt. Bitte hilf mir. Mein Meister wurde von Räubern gefangen genommen. Bitte such die Räubern. Das ist ja immer sehr unterschiedlich. Auslassung meines Meisters. Mich würden sie nur auslacken. So gut ich kann. So. Ja, mein Lord. Sehr wohl. Zahltag. Ein bisschen Hero-Action. Wenn Gott es so will. Ah, die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. In Ordnung. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Ja, sobald man Erik hat, kann man sowieso alles gewinnen. Händler gefangen. Ihr möchtet den stinkenden Händler haben? Gebt uns tausend Taler. Und er ist euer. Wenn ihr nicht bezahlen wollt, habt ihr 20 Sekunden, um das Lager zu verlassen, oder? Ja. Ja, gern. Ja, mein Herr. Ich könnte jetzt einfach das Kopfgeld davon bezahlen. Folge der gerechten Sache und deine Sünden seien dir vergeben. Ein Held ist in großer Gefahr. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. So, einmal die Hälfte konvertiert. Fertig. Auf sie! So, aber das Geld reinvestieren wir natürlich, schlau wie wir sind. Ihr habt nicht genug Taler, wenn's denn sein muss. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Gelehrter nimmt seine Studien auf. Ja! Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Abweiter bezahlen ihre Steuern. Feinde haben einen Held attackiert. Alle Bauernhöfen sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Für das Volk! Habt vielen Dank! Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich stehe tief in eurer Schuld. Ich kann's auch noch die Truppen auch an Ari rufen. Stimmt. Lassen wir die Leute auch immer Ulti nennen. Ulti ist jemand anderes. Was ist das? bis jetzt! Musik 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 Nee, aber je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr habe ich das Gefühl, eigentlich hätte Claycourt die Mission Bar-Messiah heißen müssen, weil wir damit Bar-Messiah interagiert haben. Dann die Flut und dann müsste diese Mission sein, dass wir Claycourt bei irgendwas helfen. Jetzt, wo sie uns zumindest nicht mehr abgrundtief hassen, weil wir einfach mal eine fucking Flut ausgelöst haben. Der Wirbelschlag hilft auch gegen Gebäude. Ja, aber es hier finde ich ein bisschen wasted. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und der Dach, Chef. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, ist gut. Fertig, Meister. Ihr verfügt nun für das Wissen über eine neue Technologie. Wenn die die Steine abgebaut haben. Okay, das dauert noch. Aber wir können als nächstes Bildung erforschen für das Lager. Weil dann bauen wir das hier und machen dann die ganzen Veredelungsbetriebe da hin. Fertig, Meister. Ja, wir müssen seine Steuerschulden noch bezahlen. Deshalb helfen wir eben Grunde genommen. Es ist ja nicht Steuerhinterziehung, wenn wir seine Schulden bezahlen. Die Steuerhinterziehung habt ihr reininterpretiert. So, an Eisen kommen wir da noch nicht. So, wir können mal Claycourt besuchen. So, schlaf gut, Ties. So, diesmal teilen wir sogar Vision. So, und hier war vorhin ein Schatz. Tausend, wow, tausend Leben. Krass. Ist ja auch was noch bei Messia irgendwo versteckt. Sieht nicht so aus. Aber tausend Leben ist schon ein Game Changer, so am Anfang. So, ihr geht Holz hacken. Kein Problem. Ein Sägewerker beginnt mit der Arbeit. Ihr habt eine neue Technologie erfordert. Da kann die Kamera mit einfügen und entfernen. Wird auch im Tutorial gesagt. Aber ich finde es ungünstig platziert, weil die linke Hand ist ja in Ruhestellung normalerweise bei WASD. Der Sommer kehrt zurück. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Oh, 400 Steine einfach nur für das Lager. Hier ist noch ein 2000er vorkommen. Hier gibt es auch gut, aber da brauchen wir einfach auch viel, viel mehr Leibalgen. Ja, dann machen wir die Äuglein auf. Natürlich geschafft. Das Tutorial ist ganz interessant. Er arbeitet direkt schon mal mit Pilgrim und Erik. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Natürlich ist in Ordnung. Ihr habt nicht genug Taler. Oh, ein schöner Ort, um tätig zu sein. Ich hab getan, was ihr wolltet. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ich hätte eigentlich gehofft, dass ich es irgendwie hier hinkriege, aber... Es gibt nicht genug zu essen. Sieht nicht so aus. Sie schüttet? Ja, ja. Geschafft! So, wir brauchen Festung. Und dafür müssen wir... Okay. Das haut hin. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Aber einen zweiten Lehmschacht sehe ich hier nicht. Da ist noch was. Da ist der Frog of War aber auch sehr nützlich, dass er sowas nicht verdeckt. Ich hab getan, was ihr wolltet. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Hm. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden gezahlt. Okay, noch einen Eisenschacht. Wie ihr wollt. Den sollten wir möglichst bald besetzen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Kein Problem. Ausbau abgeschlossen. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ich bin es immer noch gewohnt, dass die Leibengel nicht selber weiterlaufen. Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ausbau abgeschlossen. Jetzt kommt es aber nicht hin wegen... Aber wir können Legierungen erforschen. Es ist Zahltag. Fertig, Meister. Sie schadet. Sie schadet. Ihr braucht mehr Steine. Na gut! ... All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. So, wir dürfen diesmal sogar eine Kirche bauen. Ein Schmied beginnt mit der Arbeit. Forschung abgeschlossen. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Nichts mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Wo seid ihr? Dann geht mal hier hin. So, wir brauchen Zahnräder für die Steinmetze und dann bauen wir hier welche von denen, dass wir zumindest die ganzen Steine hier veredeln können. Ich bin mal gespannt, wie viele Steine wir schon besitzen werden, wenn wir Pilgrin bekommen. Ich bin gleich hier, kann ich jetzt Feierabend machen. Ha, die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja. Aber gern. Ja, ja. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. So, jetzt können wir nämlich schon hier hin. Wir bekommen sogar ein paar Sachen so, aber wir können noch nicht mit Pilgrin reden. Ja. Gut. In Ordnung. So gut ich kann. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Eine neue Technologie ist erforscht. Ja. Ja, ja. Ich glaube, Schläfe bekommen wir gar nicht auf dieser Karte, oder? Also welches, was wir veredeln könnten. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ich glaube, ich bin aber trotzdem Alchemist mit einfach mal so. Und dann Höfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Hey, Pü. Natürlich. Das darf ich eigentlich schon bauen, was Ziehobjekte angeht. Fertig, Meister. Äh, die Uhr. Brauchen wir den Buchdruck für. Sollen wir in Opium fürs Volk investieren? Ah, okay. Sie können die Startvorgaben auch veredeln. Okay, dann ist wahrscheinlich das der Grund, warum wir in der vorigen Mission keine Schwefelhütte bauen durften, obwohl wir es vorher schon konnten. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Opium des Volkes. Ja, das, äh... Man könnte fast meinen, es hätte jemand von den Entwicklern die Schriften von Karl Marx gelesen und wäre dann an Opium des Volkes hängen geblieben. In Opium investieren gerne, aber nicht in Religion. Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Es gibt nicht genug zu essen. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Aber gern. Ja, ja. Aber gern. Hm, die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. So, und smart wie wir sind, bauen wir einfach eine Bank direkt neben die Kapelle. Und wie wir geht's mit demanche ja tun. Hier geht's um die Schriften. Und wie wir sind, wir können uns mit den Schiffen verdern. Und wie wir Clark trekt Doubs mit dem Strang auf die Farbe. Wir können uns mit den Frühen auch mit dem Schiffen im Hapen oder auf die Farbe der Schiffen gelesen. Und wie wir über den Schiffen gelesen haben. Und wie wir auch mit dem Schiffen gelesen haben. Dann kommen gerade so schön. Und wie wir es also mit mir, Erstmal wach sich eine große Schiffen gelesen und in das Schiffen gelesen wird, dann kommt ein bisschen schiffen. Und wie wir können die Schiffen gelesen haben. Und wie wir jetzt auch nicht. Fertig? Natürlich. Ein Priester tritt in eure Dienste. Keine Kurvers Betonung ist manchmal so komisch gewählt. Sollen die Kapelle nicht neben die Uni kommt? Okay, aber die Kapelle gibt auch Motivation. Das ist wieder so etwas... Das ist auf der einen Seite inkonsistent, weil es, glaube ich, kein anderes Gebäude tut, was keine Dekoration ist. Auf der anderen Seite ergibt es ja total Sinn, weil die Kapelle ja auch nur Motivation erzeugen kann. Das ist ja ihr einziger Beitrag zur Siedlung. Aber wir dürfen sie noch nicht ausbauen. Okay, das bringt uns also gar nichts. Fertig? Es gibt nicht genug zu essen. So, wir können jetzt die Uhr bauen. Sobald die Forschung durch ist. Forschung abgeschlossen. Wir brauchen aber erst mal den... Erst müssen wir die Dinger ausbauen. Na gut. So. Wird erledigt. Die bitte bauen und dann wird es urig. Es wird Sommer. So, Handelsreiben ist jetzt für uns nicht so wirklich nützlich, weil wir keinen Stein kaufen dürfen. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. So, die sollten wir möglichst in einer Pause ausbauen. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. So, dann spammen wir hier drüben Uhren. So, ihr seid als nächstes fertig mit eurer Schicht. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Natürlich. Natürlich. So, 108 und gleich habe ich vier Uhren. Ja, irgendwie die Schreibweise finde ich auch komisch. dass das Recht mehr wirkt. Ausbau fertig. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ich habe getan, was ihr wolltet. Ich habe getan, was ihr wolltet. Fertig? So, 127 Prozent. Das sollte, glaube ich, sogar schon für zwei Extraschichten reichen, oder? Zumindest bei den Gruben. Es ist Zahltag. Ähm. Pass auf. Ich baue aber auch auf jeden Fall das Teil hier aus. Jo, wir können das sogar mit veredeltem Stein nur machen. So, fort. Wird erledigt. Sie schebert. Das Gebäude ist ausgebaut. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Das Gebäude ist ausgebaut. Ein Händler nimmt die Arbeit auf dem Marktplatz auf. So, ich finde halt Händler und Schatzmeister sollten halt relativ viel auch an Steuern geben. Und dafür halt Bauern halt zum Beispiel so gut wie gar nichts. Aber gern. Aber gern. Wird ja nicht exotisch. Ja, Moment, aber es geht ja darum, dass es halt die niedrigeren Steuern der ersten Berufe ausgleichen soll. Ich finde das ziemlich bescheuert, dass alle die gleichen Steuern zahlen. Wie gesagt, ich werde das auch in der Review ausführen. Steuern, Moral, äh, äh, Version. Auch Sollte. Es fühlt sich alles wie ein Skelett von einem System an, das eigentlich viel größer sein sollte. Ich finde, ich würde eigentlich ein bisschen auch gerne die den Sollte meiner Soldaten einstellen können. Und dann könnte man zum Beispiel auch sagen, man könnte dadurch mehr Erfahrung für die Hauptmänner generieren. Was ja auch so ein total unternutztes System ist. So, wir haben 148% Motivation. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts fest. 1.500 Tana sind die Steuerschulden, das heißt, das tun wir demnächst. Es regnet. Ich hab getan, was ihr wolltet. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Was ich mal checken muss ist, wie die englische Synchro vom Spiel ist. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ausbau fertig. Kratip, das funktioniert nicht. Das ist für Minecraft. Das Gebäude ist ausgebaut. So kann man sein Nuzlosium auch versammeln. Ich hab das Sägewerk gar nicht ausgebaut. Und die Ziegelhütten. Fertig. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Zaltal. Ich hab getan, was ihr wolltet. Da. Ausbau fertig. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Wow, hier kommt's sogar richtig zu Stau jetzt. Jetzt wäre noch ein Stadtzentrum gut, dass sie sich schneller bewegen können. Ich glaub ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Stimmt, wir müssen noch den neuen Markt bauen. Es klart auf und wird wieder warm. Das sollte dann unsere nächste große Sache sein. Das Gebäude ist ausgebaut. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ausbau abgeschlossen. Was würde ich jetzt geben, was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Aber es ist keins mehr frei. Ich bin müde. Ach, ach, was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Aber es ist keins mehr frei. So, die müsste jetzt aber eigentlich relativ lange Schichten schon fahren. So, wir brauchen noch ein paar Uhren. Gibt's nicht irgendwie so ein Kunstwerk mit ganz vielen Uhren? Oder denke ich gerade an den Strand aus Digimon mit den vielen Telefonzellen. Ausbau kann sich. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ja! Fältig! Fältig! Nix mehr da! Kann ich dann jetzt gehen? Ich glaube nicht. Ist in einem. Von mir wird einfach auch jetzt gerade bewusst, dass ein Förster fehlt. Aber dafür sind die Bäume so ergiebig. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ist eigentlich auch ein Verbrechen, dass dieses Spiel so komplett ohne Förster auskommt. Vielen Dank! Man hat mir erzählt, der einzige Grund, warum die Kathedrale nicht fertiggestellt würde, ist, dass 10.000 Steine fehlen. Im Südwesten sind einige Steinbrüche. Vielleicht kann euch ein Mann, der auf den Namen Pilgrim hört, helfen. Ja, zumindest sind wir auch schon in der Nähe. Wer hat euch mit einer neuen Aufgabe betraut? Sehr wohl. So, wir bauen hier mal aus. Ihr sammelt mal. Ja, ist gut. Einfach damit die irgendwas zu tun haben. Ja, ist gut. Kein Problem. Ja, ihr braucht Stein? Naja, ich könnte euch Stein besorgen. Aber dafür müsst ihr erst etwas für mich tun. Ich brauche ganz dringend Schwefel. Wenn ihr ihn mir besorgt, können wir vielleicht zusammenarbeiten. So, wir brauchen eine Schwefelmine. Das können wir arrangieren. Ist in einem. Kann sogar zwei haben, wenn er will. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ich hab getan, was ihr wolltet. Er braucht Nutzlosium. Ja, er ist Sprengmeister. Natürlich braucht der Nutzlosium. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Es ist Zahltag. Ausbau vollbracht. So, 172% Motivation. Wir haben einfach schon 3000 Steine und wir haben noch gar nicht die Steinbrüche, die wir vom Pilgrim bekommen. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Meine Banditen sind noch in Claycourt, die ich bekehrt hab. Heureka! Das Spiel wollte, dass Minen gebaut werden. Ich hab da jetzt einfach meine Nutzung bis 100 Live-Eigene geschickt. Ja, ja. Oh, das müsste man eigentlich echt mal ausprobieren. Das Erbe der Könige, aber nur Leibeigene und halt die... Gut, also keine veredelnden Gebäude, keine Gruben. Na gut, vielleicht doch veredelnde Gebäude, aber... Keine Gruben. Uff. Aber da ja fast nichts passiert. Wenn du halt nie... Wenn halt die KI so passiv ist in den... Gerade in der ersten Hälfte der Kampagne. So, da kannst du dir noch so viele Hände auf den Rücken binden. Das dauert einfach nur länger damit. Hier gibt's jetzt nix mehr. Wir haben alles abge... Mit diesen Argumenten ließ sich Pilgrim überzeugen. Aus diesen Schwefelminen ließ sich hervorragender Sprengstoff herstellen. Pilgrim wuchs in einer Bergbaufamilie auf und war schon als Knabe mit dem Pulver vertraut, das man zum Sprengen benutzte. Schlichten Gemütes, aber selten geneigt, sich Befehlen zu fügen, wollte er sich fortan an die Seite Darius stellen, um für das alte Reich zu kämpfen. Er hatte außergewöhnliche und gar nützliche Fähigkeiten. Er konnte Felsen und sogar verdeckte Minen freispringen. Auch seine Vertrautheit mit den Bergen sollte der Gemeinschaft noch von Nutzen sein. Vielen Dank. Lasst uns Barmessia von nun an zusammenhelfen. Ach ja, passt auf diese Räuber auf. Ich habe schlechte Erfahrungen mit ihnen gemacht. Kommt ja nicht auf die Idee, schuld mir nicht mehr schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe da nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war jetzt nämlich bei dieser Netten, ähm, äh, Lichtung. Aber Holz gefällt mir. Das Ding ist, Pilgrim hat hier in seiner Siedlung natürlich kein einziges Haus stehen gehabt. Das ist mit dem, also mit dem Freispringen von Schächten ist halt leider auch so ein Ding. War auf den, äh, den Karten? Also das bringt ja nur was auf Karten, wo du Pilgrim überhaupt hast. Ansonsten werden gar keine Schächte gesetzt, die er freispringen müsste. Fertig, Meister! Und da, wo du es müsstest, hast du, Pilgrim. Es gibt zu wenig Witz in den Augen. Ich meine, er hat dann auch das mit den, mit den Steinen, da, äh, die er weiter stecken kann. Teilweise nutzen sie das auch sinnvoll. Die Feinde haben einen Held attackiert. Ha! Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Und to be fair, die, äh, die, äh, Bombe kann auch für, für, für Kampfzwecke eingesetzt werden, aber... Das ist irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen weird. Ja. Auf sie! Angriff! Ihr entkommt mir nicht! Da steht sie schon! Vorwärts! Feinde haben einen Held attackiert. Natürlich. Lass dich eines Besseren belehren, mein Sohn. So. Convert! Yo! Oh! Keine Angst! Ich verstehe was davon! Ja? Ah! Ja! Ein Held ist in großer Gefahr. Sie scheppert nichts lieber als das. Okay, er hat doch ein paar Häuser hier stehen. Aber ich wüsste nicht, wozu ich zum Beispiel auf dieser Karte Eisen bräuchte. Es gibt ja keine Bedrohung hier. Na gut, Claycourt. Aber ich glaube, Claycourt greift nicht aktiv dich an, sondern nur beim Messier. Ja. Ja, ist gut. Ja. Ja, ja. Wenn's denn sein muss. Wird erledigt. Ja. Gut. Wir haben jetzt einfach schon wieder 7000... Wir haben noch keine einzige neue Steinmine gebaut. Fertig! Meister! Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Fertig! Achtung! Gleich macht es raps! Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Fertig! Schnell! Claycourt sammelt schon seine Truppen! Aber dann wird erledigt! Nichts lieber als das! Ausbau abgeschlossen! Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können! Ja? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Es regnet! Ich hab getan, was ihr wolltet! Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen! So, ihr seid gut beschäftigt! Wir sind ja teilweise nicht sicher, ob Motivation nur die Ausdauer erhöht oder auch die Tickrate von den Rohstoffen, die reinkommen! Ich bin fertig! Ich bin fertig hier! Kann ich jetzt Feierabend machen? Kein Problem! All eure Wohnhäuser sind belegt! Aber es gibt noch obdachlose Siedler! Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können! Ab ihre Hüte! Gehinggaabend gehen прят? Ich bin fertig! Todös Sec. Wenn ich gleich beim Messia einfach die Steine gebe, ist auch einfach plötzlich Frieden. Und ich denke mir so, warum ist Claycott damit jetzt happy? Ich frage mich, ob irgendwie hier mal der Plan war, dass man auch wirklich beim Messia aktiv beistehen muss im Konflikt und deshalb so viele Eisenminen herumliegen. Weil das ist viel zu viel einfach. Religion stellt in diesem Spiel alle zufrieden. Ja, so ziemlich, ne? So, 208% Motivation. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es wird wieder wärmer. Die dicken Mäntel können nun weg. Fertig, Meister. Ja. So, 91%. Einige Bürger haben noch keine Wattwürde. Sprecher, wenn er mit ihm ruht. Ja. Oh. True. Ich Exchange Spiel. Fuck們. Ich verstehe. agriculturalist Ja, ist gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, 10.000. Ich muss mal gerade wissen, ob jetzt noch Claycourt angreift. Ich denke mal, dass es ein 10-Minuten-Timer ist, weil bei der 50 kam die Warnung. Dann wäre es ein unsichtbares Zeitlimit von 60 Minuten, wobei es ja auch nur ein Soft-Zeitlimit ist. Die Helden sind aber auch, sobald die Gemeinschaft einmal größer ist, einfach eine kleine Armee. Nee, schon. Erik sowieso, Helios kann bekehren und die anderen drei tanken halt. So, es gibt oft halt auch gar keinen Bedarf, eine Armee aufzustellen. Dario vorschlug. Barmessia galt damit nicht nur als Alliierte, sondern bot ihm die Stadtherrschaft an. Sie waren ihm überaus dankbar für die Lösung all ihrer Probleme. Die Marktplätze waren wieder in Stand gesetzt und der Handel florierte wie eh und je. Wir haben ja auch nur eines dieser Probleme selber verursacht. Und als die Reise weiter nach Norden in das Land der Barbaren fortsetzten, mussten erst die Steinbrüche durchquert werden. Ein Gebiet, in dem sich Pilgrim, der neue Freund und Begleiter der Gemeinschaft, bestens auskannte. So, ich finde es übrigens auch immer erstaunt, dass man die Tipps erst danach bekommt. Aber ich glaube, die kann man auch sehen, wenn man nicht verliert. Nicht gleich das Spiel im Internet versteigern. Versucht es noch einmal, dann wird es bestimmt klappen. Excuse me? Von allen Missionen, wo ihr das hättet reinpacken können. Ich kann mir ein paar vorstellen, wo man tatsächlich scheitern kann. Aber hier kann doch nichts passieren. What? So, ich muss das Spiel einmal neu starten, weil wir die Farbe ändern. Das einstmals idyllische Volklung in den Highlands wurde schon lange Zeit von wilden Barbaren belagert. Die Hütten und Felder außerhalb der schützenden Stadtmauern waren zerstört worden und das Land litt unter der andauernden Belagerung. Doch wie ein Fels in der Brandung hielt das alte Volklung-Kassel den Bedrohungen stand. In der Feste beauftragte der König von Volklung einen Forscher und Erfinder namens Salim damit, neue Verteidigungswaffen für Volklung zu bauen. Vielleicht war dieser Erfinder in der Lage, die Belagerung aufzuheben und dem Land seinen Frieden zurückzugeben. Volklung wird belagert. Findet einen Weg, um die Belagerung von Volklung zu beenden. Hm, hierfür müsst ihr zunächst den Weg an den Belagerern vorbei in die Stadt finden. So. Pilgrim ist schon vor Ort, glaube ich. Hier finde ich es auch wieder sehr seltsam, dass sie jetzt anfangen von Barbaren zu sprechen. Was ist mit Kerberos und seinen Truppen? Ich habe das Gefühl, dass hier eigentlich der Auftritt von Varg sein sollte. Aber der passiert soweit ich weiß nicht. Na gut. Aber gern. Du spielst jetzt also als FDP, verstehe ich schon. Hast du ein Problem damit? Natürlich. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Oh, das werden wir noch oft hören in dieser Mission. Oh. Kann das sein, dass die Bewegungsgeschwindigkeit von allem einfach reduziert ist im Winter? Sehr gut. Ihr habt Volklung gefunden. War ja so schwer. Habt ihr uns ja nur gesagt, wo es ist. Geht nun zum Schloss und redet mit Salim. Er ist der Berater des Königs. Er kann alles bestimmt weiterhängt. Ja, es ist ein bisschen nervig. Außerdem werdet ihr Pilgrim am Schloss treffen. Auch seine Fähigkeiten der Sprengkunst sind bestimmt von Vorteil. Also ist Pilgrim vorausgelaufen, während der Rest die Siedlung gebaut hat oder wie? In Ordnung. In Ordnung. Natürlich. Na gut. So, Konstruktion. Seidat. Spinni spielt jetzt praktisch als Christian Lindner. Ja, ich sag den Barbaren, sag ich euch einfach, geht nach Hause. Wir wollen euch hier nicht. Fertig, Meister. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Die laufen halt einfach wirklich in Zeitlupe, holy shit. Fertig? Tukan, der König von Volklung, empfing die Helden ohne große Umschweife. Wohl aber mit großem Gefolge, denn schließlich befand man sich im Krieg. Als er von den Friedensabsichten erfuhr, kam ihm eine Idee. Vielleicht war es besser, die Belagerung nicht von der festen Volklung aus aufzuheben. Er bat seinen Erfinder und Waffenmeister aus dem Morgenland namens Salim, sich den Helden anzuschließen, damit der Anführer der Belagerer gefangen genommen werden könnte. Salim war überaus kundig in Fragen der Verteidigung und des Fallenbaus. Und ohne ihren Anführer waren die Barbaren machtlos. Werden wir aber nicht tun. Wir gehen voll auf Genozid in diesem Rang. Ich habe es nämlich sonst immer mit der Entführung gemacht. Vielleicht können euch meine im fernen Osten erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten von Vorteil sein, um die Belagerung zu beenden. Zunächst müsst ihr einen Weg zu den Belagerern finden. Ich habe da schon eine Idee. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Ist hier drüben eigentlich irgendwas? Das Ding ist, die kommen nicht bis dahin. Aber hier wird wenigstens so ein bisschen Krieg simuliert. Gut. 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 Sicher wird, wenn es denn sein muss. Ganz ehrlich, ist hier oben irgendwas von Wert für uns? Ich meine, hier ist noch die eine Kiste. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Einer eurer Helden wird angegriffen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nichten. Ari, was tust du? Feilig. Ihr habt nicht genug Thaler. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Not the last, I am Dehydration, so I must consume Drink. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlauft. Bäm. So, Platz war hier, glaube ich, so ein Thema, ne? Ja, ja. Hm, die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Immer noch ein bisschen mit den Steinen. Ne, das ist jetzt eine andere. Aber ich habe meine Spielerfarbe geändert. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Fältig. Ein Sägewerker beginnt mit der Arbeit. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Schnee bedeckt die Landschaft. So, pass auf. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Hm, die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Nichts lieber als... Ah, Bevölkerung ist voll. Aber ich glaube, hier muss irgendwo noch ein Dorfzentrum sein. So, fort. Aber hier sind auch Gegner, deswegen... Feinde haben einen Verbündeten attackiert. ...ein paar Einheiten hier haben. Ja, mein Leute. Wow, was geht denn hier ab? Der Sieg wird unser sein! Einer eurer Helden wird angegriffen. Angriff! Selbstverständlich. Folge der gerechten Sache und deine Sünden seien dir vergeben. Rettet eure Haut, solange ihr es könnt. Nieder mit ihnen! Sicher! Wie ihr wollt! Natürlich! Achtung! Gleich macht es Rumpf! Wie ihr wünscht, mein Herr. Einer eurer Helden wird angegriffen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Dafür sind wir genau die Rechte. Oh, hier sind Steine. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ja. Ja. Die werden wir benötigen für unsere Türme. Und dann... Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und der... Aber ich sag ja, mit einem Dorfzentrum ist das nicht befriedigend zu bauen. Huch, den hatten wir vorhin komplett übersehen. Ja, mein Herr. Lass dich eines Besseren belehren, mein Sohn. Ihr werdet angegriffen. Baut euer Dorfzentrum aus oder errichtet ein neues, um mehr Siedler in eurer Stadt aufnehmen zu können. Der Mentor sagt das auch so, als könnte man Dorfzentren überall bauen. Das sind ja noch zwei weitere Dorfzentrums. Ja, muss es auch geben. Sonst könntest du ja gar nichts bauen. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Einer eurer Helden wird angegriffen. Gebt Acht! Die Falle ist aufgestellt! Ich hab getan, was ihr wolltet. Wir kümmern uns darum. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ja, mein Herr. Natürlich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. So soll es sein. Euer Wunsch ist mir befehlen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Wenn's denn sein muss. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. So, wir reden mal kurz mit dem Leitmeregnen hier. Ihr wollt nach Volklung? Im Winter könntet ihr wohl ne Chance über das Wasser haben. Ja, das wussten wir auch schon. Wie ihr wünscht. Ich will nur wissen, wo die Gegner hier herkommen. Das Zelt ist 100 pro nicht ohne Grund da. War hier oben nicht sogar noch Zeug? Das Gebäude ist ausgebaut. Es wird wieder wärmer. Die dicken Mäntel können nun weg. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Kein Problem. Es ist Zeitag. Na gut. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. So, wir können ausbauen. Machen wir auch schon mal. So, Eisen werden wir eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel brauchen, weil wir auf Burgenschützen gehen werden, denke ich mal. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Wir brauchen mehr Leiteigene. Na, hier ist noch ein Siedlungsplatz. Wo ist der zweite? Gut. Sehr wohl. Ich meine, wir können mal Dario zum Scouten schicken, aber ich sehe aktuell nur einen. Halt dich! All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ah, hier ist noch einer. In Ordnung. Versteckt im Eckchen. Ja. Ja. Ausbau fertig. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Natürlich. Ich bin müde. Ach. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich bin müde. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Sehr gut. Dann bauen wir hier noch ein Haus hin. Aber gern. So, nächstes Ziel müssen aber Zahnräder sein. Was kostet stehendes Jahr? Eisen. Dann erforscht das schon mal. Ich habe getan, was ihr wolltet. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ja, natürlich. Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Der Tag der Erkrankung sollt werden gezahlt. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Schmied beginnt mit der Arbeit. Heureka! So, Zahnrad. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Aber es ist keins mehr frei. Ihr müsst mehr Steine besorgen. Ah, Pilgrim, spreng das hier mal frei. Ja! Ja! Natürlich, 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 aber gern. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Zahltag. Oh, mehr Häuser für den LBF-Mitglieder. Ich habe nämlich keins. Ich konnte vorher nicht ausbauen. Ihr braucht mehr Steine. Ach, wir haben 150 für ein Wohnhaus. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Der macht regelt das schon genau. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, als ich den Democracy 4 Run gemacht habe. Ich habe den Vorgänger mal versucht, so in der Weise zu spielen, nur dann tust du halt nichts. Weil die ganze Handlungsweise darauf basiert, dass du die Hände in den Schoß legst und sagst, der Markt regelt. Ich finde es übrigens erstaunlich, dass unsere Selektionskreise immer noch blau sind, obwohl die Spielerfarbe auf gelb umgestellt wurde. So, Bauer interessiert uns nicht. Wobei, für die Steingrube sowieso größere Häuser. Es ist Zahltag. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Ihr müsst mehr Steine besorgen. Ausbau fertig. Nichts mehr da. Kann ich doch nicht jetzt gehen. Ausbau abgeschlossen. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Das Gebäude ist ausgebaut. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Fertig. Wenn's denn sein muss. So, wir brauchen auch noch die verwässerte Sägemüle. Dafür brauchen wir aber Flaschenzug. Auch dafür brauchen wir Stein. Warte. Mit Helias werde ich nicht sprengen können. Wie ihr wünscht. Fertig. Es wird wieder wärmer. Die dicken Mäntel können nun weg. Zahltag. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Fertig. Ah. Baut mehr Bauernhöfe. Uh, Holz fehlt auch. Um alles zu vieler versorgen zu können. Das Gebäude ist ausgebaut. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Baut mehr Bauernhöfe. Um alle zu vieler versorgen zu können. Ausbau fertig. Dann kann ich nämlich hier hochwertige Schuhe erforschen, dass der Winter uns nicht ganz so verlangsamt. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ich hab getan, was ihr bräuchtet. Ja. Ja. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Eins davon stimmt, aber das andere nicht. Äh, darf ich Steine? Was darf ich an Rohstoffen kaufen in dieser Runde? Ich darf Büchereien schon erforschen. Hm. Was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg. Ich glaube, was ich machen werde, ist, ich glaube, ich werde beide Ziele erfüllen. Also ich glaube, ich werde versuchen, den Anführer gefangen zu nehmen und seine Truppen auslöschen. Fertig, Meister. Ja. Fertig? Okay, wir dürfen alles an Rohstoffen kaufen in dieser Mission. Sehr gut. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. So, wo bauen wir unsere Uhren? Unsere Kunstinstallation? Ich will hier zumindest mal Vision haben, weil ich nicht weiß, ob hier nicht noch irgendwas spawnt. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. So, passt auf. Kauft mal tausend Steine. Alles weg. So, ihr seid da beschäftigt. Das heißt, wo die Steine und danach macht ihr das Holz da weg. Ich bin müde, aber kann kein freies Bett finden. Wozu bezahle ich meine Steuern? Wenn's denn sein muss... Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Das Gebäude ist... So, die Frage ist, wo bauen wir unsere Kirchen? Hier den Platz brauchen wir für den Schießplatz? Ausbau abgeschlossen. Nichts lieber als das. Da wartet ihr, solltet das Dorfzentrum besetzen. Alles gut. Eins nach dem anderen, aber wir müssen gerade mal drauf warten, dass die Händler hier fertig werden. So, wir haben 400 Steine. Fertig, wenn's denn sein muss. 65%. Eisen und Schäfe könnt ihr mal erforschen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Oh, wovon hab ich jetzt 4% Motivation hatte ich die gerade auch schon. So. Kirche. Ist das so eine Kapelle in dem Fall noch? Aber ich glaub nicht, dass wir schon komplett auf die Kathedrale gehen können. Ja, ist gut. Sicher? Ich sag das. Und wenn ich auf die Kathedrale gehen könnte, ist es halt auch Blödsinn mit den Steuern hochzugehen. Weil wir den Impact nicht auffangen können. Fertig, Meister. Nix mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Wird erledigt. Wird erledigt. So, Flaschenzug. Fertig, Meister. Wir brauchen nämlich die Segelmühle hier für Befiederung. Und Schniede ausbauen wäre vielleicht auch schon mal ganz gut. Es wird wieder wärmer. Die dicken Wäntel könnten nun weg. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich hab getan, was ihr wolltet. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Betrachtet die Sache als erledigt. Ausbau vollbracht. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Fertig. Ein Priester tritt in eure Dienste. Es gibt nicht genug zu essen. Also, so wie er das sagt, könnte man fast meinen Oliver Kalkofe mag keine Priester. Ist in Ordnung, wenn's denn sein muss. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. So, wir dürfen schon ausbauen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein schöner Ort, um tätig zu sein. So, weiches Leder. **** Und jetzt geht's nochmal. Okay… Und jetzt geht's nochmal. Die Technik ist auch wichtig, dass wir Kanonentöre bauen können. Oh, der gelbe Text ist auch wesentlich besser zu lesen, wenn er ein bisschen zu grünlich ist für mich. Ich bin fertig hier, kann ich jetzt Feierabend machen? Bis in einem. So, Fährten lesen können wir mal machen. Nun haben wir auch hier fast kein Geld mehr. Das Gebäude ist ausgebaut. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es ist Zahltag. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Ich würde schon gerne noch irgendwo eine Bank unterbringen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Geschafft! Fertig, Meister! Geschafft! So, dann bauen wir die Steinmetzhütten noch aus. Gefiederung. Ja, wir dürfen schon. Wir dürfen Kathedralen bauen. Sehr schön. Wer hätte gedacht, dass ich mich darüber mal so freue. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Ausbau abgeschlossen. Erkunde das Land! Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ähm, Ari, hol mal grad den Schatz da drüben. Wenn ihr es für richtig haltet. Forschung abgeschlossen. Ich baue die ganze Zeit Mühlen. Ich will Uhren bauen. Wir haben eine neue Technologie erfolgt. Na gut, kostet das jetzt so gut nur Eisen. Was wir nicht brauchen werden in so großen Mengen, denke ich mal. Maurerhandwerk wäre vielleicht ganz gut, wenn wir später den Tunnel aufspringen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Schatzmeister beginnt mit der Arbeit in der Bank. So, fahrt! Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Alle Bauernhöfe sind belegt. Ah, erst Bauernhof setzen, weil... Häuser sind doch ein gutes Stück flexibler. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Es war nichts drin, danke für nichts Spiel. Sicher. Das ist auch so ein Ding, wenn das random ist, was Speedruns auch beeinflusst. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlauft. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. So, wir müssen erstmal warten, bis hier ein paar Bäume weg sind. Natürlich. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Kann ich jetzt eigentlich schon... Ja, ich kann Bergwerke ausbauen. Aber... nur die Gruben. Komm, Holz und Lehm. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Warte, wieso kann ich... Ach so, weil ich die... Ach so, okay, weil ich die noch nicht ausgedauert hatte. Ich hatte jetzt gedacht, wir hätten die anderen Forschungen schon gehabt. Stollen und Kanonengießereien. Ausbau vollbracht. So, Chemie. Schießplatz. Das Gebäude ist ausgebaut. Wir kaufen nochmal Steine. Wir können ja jetzt zwei... Dinger parallel fahren. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ich... Weißt du, wie der Handel funktioniert? Ja. So, mach mal den Lehm da weg. Der stört mich. Was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg. Ausbau abgeschlossen. So, du sagst, hier ist nichts mehr? Handel bestätigt. So, fahrt. Wenn's denn sein muss. Ja. Ja, ich weiß, wie der Handel funktioniert. Ich benutze es ja auch. Oh, das ging sogar ziemlich schnell jetzt. Krass. So, dann. Kirche. Bauen wir mit dem nächsten Zahltag aus. Man kann das beim Handel auch so ausnutzen, dass man... Okay, wie macht man das? Wir können uns auch eine Kanonengießerei bauen, aber ich glaube, die Dinger sind uns nicht wirklich wert. Und die brauchen ja auch ziemlich viel... Also die Kanonen selber brauchen jetzt auch ziemlich viel Bevölkerungsplätze. So, irgendwas wollte ich vorhin noch gemacht haben. Ähm, Technologie. Ist aber noch nicht so weit. Und die Behörden? Kriegen wir hier irgendwo noch ein... Bauernhof-Reigilzquitsch? Sieht nicht so aus, ne? Nee, nicht wirklich Ich bin fertig hier Ah, wenn man mehrere... Ja, ich habe zwei Merkletze, stimmt Das habe ich gerade auch gesehen Wenn man nicht sofort dann Also wenn man mehrere Kali macht Dann updatet sich der Preis nicht sofort So, hier ist alles so maximal voll So, doppelte Steuern 174% Ja, und das gleich die Kathedrale direkt wieder aus So Wir waren mal mittlere Wohnhäuser aus Die Frage ist, bringt es Es ist eigentlich günstiger Die mittleren erstmal auszubauen Die kleinen erstmal auszubauen So, Armbrust schützen Will ich haben Und verstärktes Leder Und Pfeile Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht Es gibt nicht genug zu essen Also LMP ist im Handel eigentlich immer verboten Ja, Handel wirkt auch Man, du erzeugst halt einfach Rohstoffe aus dem Nichts Das machen die Veredler ja auch schon Ausbau voll Ich glaube ja Dass hier eine Ich habe Wenn ich nicht bald einen Platz in einem Bauernhof finde Falle ich vom Fleisch Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten Feinde greifen ihn an Das Gebäude ist nun ausgebaut Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht So Hier passt noch ein Bauernhof Finn Aber ich glaube, das wird dann ziemlich eng hier durchzukommen Fertig So, wir bauen einfach mal alles aus Geschafft Der Seid gesegnet Fertig Meister Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich Es gibt nicht genug zu essen Seid ihr noch ganz bei Trost? Die Steuern sind untragbar hoch Ausbau voll Ihr zieht uns das letzte Hemd aus Selbst wenn die Motivation noch hoch ist Beschweren sie sich über die Steuern Interessant So hohe Steuern Was ist Wucher? Was ist Ihr zieht Seid ihr noch ganz bei Trost? Die Steuern sind untragbar hoch Nichts lieber als das Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht So Uhren Wenn's denn sein muss Eure Siedler werden gesegnet So Aberlisten Und dann fangen wir an die zu spammen Wir brauchen auch mehr Holz Es gibt nicht genug zu essen Wir sehen doch gerade die Preise gehen ganz allgemein hoch Ich hab getan was ihr wolltet All eure Wohnhäuser sind belegt Aber es gibt noch obdachlose Siedler Ich bin fertig hier Kann ich jetzt Feierabend machen? Es ist Zahltag Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt Vom der Kathedrale so viel Glaube wie die erzeugt Zumindest mit genug Motivation Ich kann ja mehrmals pro Zahltag segnen Das heißt es ist überhaupt kein Thema das abzufedern Ich hab getan was ihr wolltet So wir bauen mal gerade die Dorfzentren aus Dass wir unser Cap erhöhen So Meisterschütze Schütze So alles ist voller Uhren hier So und hier finde ich es halt schade Dass die großen Truppen nicht wenigstens doppelt so viel Sold kosten Hierfür benötigt ihr mehr Thaler Oder zumindest so 50% mehr Dass es zwar immer noch einheiteneffizienter ist Aber So ein bisschen mitskaliert Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuer Lasst mich bitte meine Arbeit machen Ich mach das schon Eure Arbeiter empfangen den Segen Ja wobei ich finde Man hätte dann vielleicht den Anschaffungspreis etwas senken können Und vor allem halt auch die Bank Die Bank sollte finde ich ein Gebäude sein Was man am Ende halt auch braucht Um seine Armee zu finanzieren Weil das war das Ding im Mittelalter Ein Stehendes Heer war super selten Weil das super teuer war So Gibt es noch irgendwas Sinnvolles Was wir bauen können Hierfür benötigt ihr mehr Thaler Ansonsten können wir eigentlich mit dem Bau von Aussichtstürmen hier beginnen Nichts lieber als das Aber gern Aber gern Ja ja Fertig So fahrt So Ziegelbrennerei Einfach mal so Und hier das Das unsere Gebäude mehr aushalten Das ist eine gute Idee Das ist eine gute Idee Fertig Meister Geschafft Eure Arbeiter Seid gesegnet Das Gebäude ist ausgebaut Ich wünschte ich wäre mal 228% motiviert Ich kenne das Gefühl tatsächlich Es gibt nicht genug zu essen Der Sommer kehrt zurück Weil ich jetzt tatsächlich auch über die Weihnachtstage hatte Ich habe viel vor im neuen Jahr Das Gebäude ist ausgebaut Das ist Wuche Unverschämtheit Senkt die Steuern Ich brauche einfach mehr Ich brauche einfach mehr Uhren und Ablasshandel Nein mehr Heiligsprechungen Ablassbriefe sind nur für gelehrte Ingenieure und Priester Baut mehr Bauernhöfe So Schmiedearchimisten und Kanonis Ja bekommen Bibeln Keine Ahnung warum Schatzmeister und Hämter Von Kollekten profitieren Weil sie sind ja eigentlich diejenigen Die spenden müssten Und nicht diejenigen Die sie bekommen Und gut Bauern und Bergmänner Sind schon happy Wenn du nur die Glocke läutest Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt Nix mehr da Kann ich dann jetzt gehen? Fertig Meister Wir brauchen immer noch mehr Noch mehr Häuser Stell dich fest Gebt den Priestern etwas mehr Zeit Seid gesegnet Ich hab getan was ihr wolltet Na gut Handel bestätigt So So Wo fehlen noch So hohe Steuern Hab ich meinen Lebtag noch nicht zahlen müssen Das ist Ausbildung Aber teurer wird's auch nicht mehr Fertig Meister Also ich sehe es Handel ist extrem Bopé Handel bestätigt Was merke ich erst jetzt Der Mentor ist nur am reden Irgendwann fängst du an Den auszublenden Du hast gar keine andere Wahl Genauso wie ich irgendwann auch Bei S4 Die Die Glocke nicht mehr höre Für die Chat Notifications Und dann nicht sehe Dass die ganze Zeit Werkzeuge fehlen Irgendwann wird das halt einfach zur Background Beschallung So was wir hier noch erforschen können Ist äh Ich weiß halt nicht Bringt Schießpulver Ausgebaut Auch was für die Kanonentürme Oder nur für die Anderen Normalen Kanonen Mit ADHS gehört einfach alles Irgendwann zur Background Bescheidung Das glaube ich dir gerne Ja ist gut Ja Nichts lieber als das Ist in Ordnung Jupp Natürlich Geschafft Seid gesegnet Huch Auf einmal habe ich kein Holz mehr Das könnte ein bisschen ein Problem sein Wegen dem Sägewerk Ausbau abgeschlossen Fertig Hier gibt's nix mehr zu holen Ausbau fertig Hier zieht uns das letzte Hemd aus Das lassen wir uns nicht lange gefallen Alle Bauern Ja doch Das lassen wir uns nicht lange gefallen Wie ich die Glockenläute Oder die Leute habe Die ich heilig sprechen kann Bitte noch weiterhöhlen Ja geht leider nicht Aber man könnte Ganz ehrlich Wenn das gehen würde Würde es wahrscheinlich Sogar nichts ändern Weil ich oft genug Heilig sprechen kann Mit der Kathedrale Also ich glaube mindestens Zweimal pro Zahltag Geht das Und noch so viel Holz Für unsere Bogenschützen Und ich glaube es gibt Wirklich nicht mehr gut Wir können noch bei Oh Oh Warte Wir können Wir können nach Volklung rüber laufen Jupp So Ich hoffe Wir haben nichts dagegen Wenn wir einfach mal Alles wegholzen Was da ist Fertig Meister Sofort Ein Verbündeter Ist in großer Gefahr So Der ist noch am Bauen Eure Priester Segenen die Bewohner Der Stadt Also das hier Fühlt sich tatsächlich Wirklich so ein bisschen Wie verdeckte Religionskritik an Oder zumindest An der Kirche Ich habe Hat getan Was ihr wolltet Ausbau So Kanonentürme Opium statt Helik Und dann in die Kirche Besser Heroin spritzen Uff Es ist Zeitag Eure Priester Segenen die Bewohner Der Stadt So wir sind fast bei 300% Motivation Und dann ist halt auch Das Limit erreicht Ich habe getan Was ihr wolltet Das sind Kritiken An historischen Fakten Handeln bestätigt True Aber das ist So weird Die Kirche Beziehungsweise die Kathedrale Ist einfach eine bessere Investition für Geld Als die Bank Weil ihr dann wirklich Doppelte Steuern Haben könnt So die Schatzkammer Macht nur so Kleckerbeträge Feltig Ach warte Die Ballästen brauchen Ja stimmt Die brauchen ja Eisen Jetzt ne Die brauchen ja kein Holz Nur die normalen Bogenschützen Seid ihr noch ganz Bei Trost Die Steuern Sind untragbar hoch Ein Verbündeter Ist in großer Gefahr Ja dann bauen wir halt Noch ein paar Wohnhäuser aus Und eine Hütte Wir sind jetzt schon Eine Stunde In dieser Mission Wir haben noch keinen Feindkontakt Wirklich gehabt Außer ganz am Anfang Die paar Leute So 300% Motivation Ich meine Ist das nicht Wunderschön Ausbau abgeschlossen Einige Siedler Haben keinen Platz Zum Nächtigen Zahltag Es gibt nicht genug Zu essen Ausbau vollbracht Lohnt sich an diesem Punkt Lohnt es sich da noch Auf Schmieden zu gehen Ausbau abgeschlossen Seid ihr noch ganz Bei Trost Die Steuern sind untragbar hoch Seid ihr so hohe Das ist Wucher Unverschämtheit Senkt die Steuern Das ist Wucher Unverschämtheit Senkt die Steuern Baut mehr Bauernhöfe Um all eure Siedler Versorgen zu können Ja 300% Kein Geld Ich habe drei Kinder Und kein Geld Kann ich nicht Keine Kinder haben Und drei Geld Ich hoffe nur dass ich jetzt nicht Anfangen muss auch noch Mühlen zu bauen Weil hier noch Irgendwo Bauernhöfe rein zu quetschen Wird schwer Das lassen wir uns nicht Lassen wir uns nicht lange gefallen Einer eurer Lass euch das voll gefallen Ihr seid 300% motiviert Ausbau abgeschlossen Fertig Meister Seid ihr noch ganz Seid ihr noch ganz Bei Trost Die Steuern sind untragbar hoch Es gibt nicht genug zu essen So hohe Steuern Hab ich mein Lebtag noch nicht zahlen müssen Das ist Ausbeutung Hier zieht Seid ihr noch ganz Bei Trost Die Steuern sind untragbar hoch Das ist Wuche Hier zieht Das ist Wuche Unverschämtheit Senkt die Steuern Der Tag der Abrechnung Steuern und Sold werden gezahlt Hier muss doch irgendwo noch was hingehen Aber gern Das ist ein Knall draußen Da freue ich mich auch schon Überhaupt nicht drauf Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt So und jetzt die Avalesten schützen Also zumindest Diese Fähigkeit Hier hätten sie auf Nahkämpfer beschränken sollen Es gibt zu wenig Betten in eurem Reis Das ist irgendwie überhaupt nicht Sehr komisch Ihn zurückhalten zu wollen So soll es sein Wie ihr wollt Ich werde mich darum sorgen Beim Kalifen Fertig So ich glaube Viel mehr können wir nicht tun Um uns vorzubereiten Das heißt Also außer hier ganz viele Terme zu spammen Das heißt wir gehen Nach dem Dude gucken Feinde haben einen Verbündeten attackiert Achtung Gleich macht es Rampf Ah beim Propheten Ihr habt den geheimen Weg durch die Berge entdeckt Meine Spione Listig wie die Schlangen Haben mir berichtet Dass der feindliche Heerführer Sich im Winter in dieses Lager zurückzieht Vielleicht könnte ihm dort Mit einem von uns Helden auflauern So Sani Und wir Bauern auch direkt mal ein paar Türme dort So gab es hier irgendwas Wichtiges? Ja ist gut Gut Wie ihr wünscht Achtung Gleich macht es Rampf Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester Ja da ist sie nicht ganz unrecht Panda Feinde haben einen Verbündeten attackiert Wie gesagt Ich finde ich Man mag nicht Dass man Weil dann komplett verbieten müsste Ich finde es würde halt wirklich reichen Wenn man sagt Man beschränkt es Einmal auf öffentliches Feuerwerk Und halt auf Zum Beispiel auf Stadtplätzen Wo du dann halt wirklich Feuerwehr haben kannst Notärzte haben kannst Falls Jemand Blödsinn macht Beziehungsweise Notfalls auch einfach Platzverweis aussprechen kannst Wenn du siehst Dass da jemand einfach nicht in der Lage ist Mit Sprengstoff umzugehen Und ein wenig hiervon Und vielleicht etwas davon Dann Oh Was kann ich für euch tun Sidi Das Gebäude ist ausgebaut Der Tag der Abrechnung Steuern und Sold werden bezahlt Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt So da ist er Ich Ja das ist nicht wahr Aber Er sollte es sein Ja Sidi So sei es Sehr gut Ihr habt den Anführer gefangen genommen Ihr wagt es Meine Untergebenen werden kommen Und mich befreien Hm Er hat recht Seine Untergebenen werden es schnell merken Bringt ihn so schnell es geht zum Gefängnis Ja die Legenden Erweiterung Werden wir auch spielen Aber Erst wenn ich hiermit Verdurch bin Und das Video auch draußen ist Er wird jede Chance Zum Entkommen nutzen Und dann werde ich auch erstmal sehen Wie das Video sich macht Huch Wo kommt ihr jetzt auf einmal her Gut Ere Kümmer dich drum Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlauft So genau Hier war ja die Sache Dass er nicht Schritt hält Euer Wunsch ist mir Befehl Mit Freuden Sidi Aber ich glaube von der Kerberos Kampagne Habe ich damals auch mal nur die erste Mission wirklich geschafft Feinde haben einen Verbündeten attackiert Der Feind attackiert eure Siedlung Mit Freuden Sidi Bei Mohammed Es sei Zeit Zeit Die Schatzkammer hält glaube ich einfach mehr aus Als Die Kanonentürne Hausbau Vollwerb Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt Auf in die Schlacht Ja Milord Feinde haben einen Held attackiert Angriff Wie ihr wünscht Wie ihr wollt Ja Stell dich mal neben die zwei Hallo Ja natürlich Wie ihr wollt Jetzt sollen sie sehen mit wem sie es zu tun haben Gebt acht Euer Dorf wird angegriffen Es gibt nicht genug zu essen Wie ihr wünscht Für die Ehre Für die Ehre So repariert mal bitte das alles Natürlich Ja Milord Ja Milord Ohm Eurek macht das schon Ich habe alles im Griff Eurek ist kampfunfähig Jawohl Mein Verbündeter ist in großer Gefahr Zahltag Einer eurer Arbeiter steckt in Schwierigkeiten Ich habe alles im Griff Ja Ein Schatzmeister beginnt mit dem Jetzt ist er am Pilgrim hängen geblieben Ihr meint Wenn ihr meint Ich tue mit Allas Hilfe mein Bestes Es gibt nicht genug zu essen In Ordnung Wie ihr befehlt Ja mein Herr Seht nur es klart auf und wird wieder warm Ja Feinde greifen eure Häuser an So jetzt kommt er auf einmal auch da durch Ja Angriff Ja ist gut Ja meint Ja Na gut Sicher Euer Dorf steht unter Beschuss Ja Milord Für Ruhm und Ehre Einer eurer Schwefelschächte Ist erschöpft Wow Wir haben den tatsächlich leer bekommen Alle Bauernhöfe sind belegt Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt Jawohl Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern Ich hab getan was ihr wolltet Ein Verbündeter ist in großer Gefahr Einige Siedler haben keinen Platz So einmal die Gruppen neu verteilen Ari Pilgrim Ari Pilgrim Ah Ja Und Erik auch noch Ja Wie ihr wollt All eure Wohnhäuser sind belegt Aber es gibt noch Obdachlose Siedler So Solange er jetzt nicht den Anführer irgendwo mitgenommen hat Der müsste bei Salim irgendwo sein Genau Wie soll ich mich konzentrieren Wenn ihr mich kitzelt Wie heißt eigentlich Ari's Räuber-Truppe Boah keine Ahnung So gut ich kann Wie ihr will Also die Räuber-Truppe ist auch so eine ganz komische Geschichte So Muss sie die nicht mehr führen jetzt Für Ruhm und Ehre Uh nein Pilgrim Oder wie ich ihn gerne nenne Gimli Zum Glück können die Helden nicht wirklich sterben Attacke Zumindest wenn sie keine Plotkugeln abbekommen Bis in den Tod Lass dich eines besseren Okay ne das hat nicht funktioniert Spürt meine Klinge Ein Held ist in großer Gefahr Huch Ja gern Da ist ne Kanone Der Sieg wird unser sein Für Ruhm und Ehre In Ordnung Ja Ja natürlich Leert sie das Fürchten Jawohl Sehr wohl Für das Volk Wie ihr wünscht mein Herr Sehr wohl Okay er behält die Gruppe so Das ist nice Er behält die Gruppe sogar dann bei Wenn äh Attacke Ihr habt es so gewollt Wenn äh Wenn äh Der Held gestorben ist Oder bewusstlos geworden ist Wir haben ein Held attackiert Lasst mich bitte meine Arbeit machen Ich mach das schon Für Ruhm und Ehre Sehr wohl Macht sie nieder Macht sie nieder Leert sie das Fürchten Ihr habt es so gewollt Ihr entkommt mir nicht Wird gemacht Ergreift sie Guckt euch an wie OP das ist Ergreift sie Also ich hab Die Mission auf diese Weise zu lösen Eigentlich total schwer In Erinnerung Sofort Ihr werdet angegriffen Jetzt könnt ihr zeigen was ihr gelernt habt Helias unterlag und ist bewusstlos Pilgrim liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld Der Winter kommt Wir erledigen das Macht sie nieder Jawohl Macht sie nieder Angriff Hier sie outrangen einfach die Kanone Ergreift sie Der Tag der Abrechnung Steuern und Sold werden gezahlt Selbst Plottkugeln werden dort durch Inkonsistenz gehalten Leider nicht in dem Fall Ergreift sie Nur Mut Wir werden siegen Ihr werdet angegriffen Wow sie bekommen sogar ein bisschen Erfahrung Macht sie nieder Seid gesegnet Wie ihr wünscht Mein Herr Bis in den Tod Das ist echt schwer teilweise zu sehen Wo die Karte endet Also richtig endet Angriff Einer eurer Verbündeten Wird angegriffen Nur Mut Wir werden siegen Nur Mut Plottkugeln sind die einzigen Kugeln Die Plottarmer durchschlagen können Bis in den Tod So gut ich kann Die Helden haben Plottarmer hier Weil die können stundenlang auf dem Boden liegen Mit dem Gesicht nach unten Das ist egal Wow jetzt kriege ich hier ne Schatztruhe mit 1000 Talern Jetzt wo ich fast gewonnen hab Verstehe gar nichts Die Helden können nicht sterben Sie können nur bewusstlos werden Werden dann wiederbelebt Wenn du Einheiten in die Nähe bringst Plottarmer ist wenn Charaktere Sachen überleben Die jeden anderen Charakter umbringen würden Ohne dass es dafür irgendeine sinnvolle Erklärung gibt Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten Das Gegenstück zu Plottarmer sind Plottkugeln Die entweder Plottarmer durchschlagen Oder Eben Charaktere töten Obwohl sie es eigentlich überleben müssten Leert sie das fürchten Bis in den Tod Das kann ich Ja zum Teil glaube ich aber schon Da eigentlich So manche Charaktere Überleben ja doch schon ziemlich lange Aber zum Beispiel Bei den Serien früher Wo du ein Regular Cast hattest Wo du wusstest Die bleiben das ganze Jahr Wo es eher die Ausnahme ist Dass dann vielleicht mal unterjährig jemand wechselt Wenn es nicht gerade Staffelfinale war Konnten sie davon aus Die Person Wenn sie stirbt Bleibt sie nicht tot Bei The Walking Dead Ist es glaube ich auch sehr schlimm gewesen Am Ende Und dafür weißt du dann irgendwie mal gefühlt Schon ein Jahr vorher Wer sterben wird Weil schon vorher bekannt ist Dass der Schauspieler Aufhört oder so Er greift sie Er greift sie Jawohl Jawohl Gut So soll es sein Der Tag der Abrechnung Steuern und Sold werden gezahlt Er greift sie Attacke Bis in den Tod Ich finde es Ich sollte mal Unterrichtsstreams machen Und dann Unterricht wo rüber Für Ruhm und Ehre Attacke Jawohl Wird gemacht Nur Mut Wir werden siegen Seht nur Es klart auf Und wird wieder warm Auf in den Kampf Wir brauchen mehr Heiligsprechungen Stimmt Alter das geht einfach direkt Auf 300% wieder hoch Ja mein Gott Wie ihr befehlt Das kann ich Jawohl Also das ist ja wirklich Broken Wie ihr befehlt Aber ich sehe jetzt nichts mehr Was wir noch töten können Jawohl So soll es sein Wobei warte müssen Haben wir das Sequence-Breaking betrieben Weil wir den Weg hier nicht freigesprengt haben Kann das sein Weil ich kann mir vorstellen Dass es nicht vorgesehen ist Dass man hier sich freisprengt Den Anführer holt Und dann noch hier oben aufräumt Das Ding kann man nicht zerstören So Folklungstruppen wissen jetzt auch nicht mehr Was sie anfangen sollen Da sind doch ein paar Gegner Brudis Ihr seht sie doch Geht doch hin Pilgrim Nur für den Fall Dass es wirklich daran hängt Dass der Auftrag nicht erledigt ist Ja Die Belagerung der Folklungfeste war aufgehoben Und auf dem Schlachtfeld Blieben nur die Zeichen der ehemals erbitterten Kämpfe zurück Tukan, der König von Folklung Zeigte sich sehr dankbar Doch neue Kunde betrübte sein Herz Wohl war sein Reich gerettet Doch seine Angebeteten Der Fürstin von Norfolk Drohte ebenfalls Gefahr Zu allem war die Stadt Norfolk Sehr überzeugt von der Unüberwindbarkeit Ihrer Verteidigung Und die Truppen des Königs waren zu geschwächt Um bei einem Angriff zu helfen So oblag es den Helden nach dem Rechten zu sehen Und Norfolk beizustehen Wenn es denn nötig sein sollte Nice So die machen wir noch Auf einer Halbinsel Abgeschnitten von der Einöde des Sumpfes Lag Norfolk Die Bürger von Norfolk waren ganz sicher Dass ihre Befestigung zur Landseite hin Jedwedem Angriff standhalten würde Sie ahnten nicht Dass ihnen auch von der Seeseite Gefahr drohte Wenn die Winter hart und kalt genug wären Der Fürst, der Burg dieser Moorlandschaft Außerhalb von Norfolk War die ständigen Auseinandersetzungen mit den Barbaren leid Und verließ seine Burg mitsamt der Familie Sein Land übergab er Dario ohne viel Umschweife bei dessen Ankunft Soll er sich doch mit diesen Wilden auseinandersetzen Der Fürst hat uns diese Burg überlassen Lasst uns nicht lange verweilen Und sie wieder auf Vordermann bringen Von den unentwickten Angriffen des Kerberos War sie schwer getroffen Doch ist nichts geschehen Was nicht mit Pinsel und ein wenig Farbe Wieder in Ordnung zu bringen wäre Bevor er aufbrach Erzählte er noch von einer Abtei Die nicht weit in einem Tal gelegen sei Wo es an Bodenschätzen nicht mangelt Der Weg dorthin Soll durch ein verheerendes Unwetter verschüttet sein Doch wo der zu finden sei Sagte er nicht Entschuldigt Herr Wenn ich euch unterbreche Ich habe eine wichtige Botschaft für Norfolk Sie muss unbedingt sicher dort ankommen Unglücklicherweise ist der Weg nach Norfolk Übersieht von marodierenden Barbarenbanden Sie haben anscheinend von meiner Mission erfahren Und trachten mir nur nach dem Leben Ohne eure Unterstützung komme ich dort nie vorbei Bitte helft mir, edle Herren Die Fürstin von Norfolk Muss unbedingt meine Botschaft erhalten So das Ding mit dem Boten ist Dass er einfach direkt los So dass er direkt los marschiert Oder los reitet Zum Glück ist er Leichte Kavallerie Das heißt er ist ein Burgenschütze Das ist schon mal sehr praktisch Aber ich finde es cool Dass sie zumindest in manchen Missionen Sich auch eine Rechtfertigung ausgedacht haben Wieso wir einfach hier eine Burg haben Die Burg hat sogar schon ein bisschen Schaden bekommen Wenn ich hier kann ich jetzt Meierabend machen Für Norfolk Ähm Ja, wo sind denn hier Wo sind denn hier Lebensschächte Natürlich, Feinde haben einen Held attackiert Kein Problem Ja, Dario rapte aber ein bisschen der Status war Das stimmt Das und vor allem Das ist jetzt das erste Mal Dass Dario das Wort ergriffen hat So What the fuck Die Kampagne ist vorbei Nichts lieber als das Ja, ist gut Einer eurer Helden wird angegriffen Nieder mit ihnen So Und jetzt müsste eigentlich der Weg Frei sein In Ordnung Habt Dank Edle Herren Ey, das ist doch die gleiche Sprecher von Ari Seid gegrüßt In diesen schwierigen Zeiten Unser Bote berichtet Von sich zusammenziehenden Truppen Im Süden Aber Kerberos Und seine Schergen Werden sich an unseren Mauern Die Zähne ausbeißen Wir haben niemanden zu fürchten Anscheinend hat der Feind vor kurzem Einen wohlbekannten Wissenschaftler In seine Gewalt gebracht Dies könnte ein Anlass zur Sorge sein Vielleicht Könntet ihr euch darum kümmern Das Selbstvertrauen der Fürstin In allen Ehren Wir sollten trotzdem ein wachsames Auge Auf die Verteidigung der Burg von Norfolk halten Erik, du siehst anders aus als sonst Wenn Norfolk fällt Wäre all unsere Arbeit vergebens gewesen Es gibt einen neuen Auftrag für euch, my Lord Sehr wohl So, hier ist auch noch jemand, mit dem wir sprechen können Okay, dann müssen wir eine Hochschule rushen, glaube ich Aber das Tal hier ist schön gestaltet Not gonna lie Maximal willkommen zum Stream Jawohl Seid gegrüßt Diese verfluchten Barbaren fördern ihr Eisen Nahe meines Hauses und am Ufer im Osten Wenn ihr sie von ihrer Eisenversorgung abschneidet Werden sie bei weitem nicht mehr ihre militärische Macht erreichen Die sie jetzt haben Das klingt sinnvoll, aber ich möchte vorher auch kurz mit dem Dude hier reden Ein Gelehrter nimmt seine Studien auf Na gut, wird erledigt Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen Natürlich, ja, ja Hier, das sieht nach Lehmenschacht aus Aber dass ich hier in den Falk of War gucken muss Und es hier dann schon sehe Ist auch irgendwie nicht in Ordnung In dem Tal hinter mir Würdet ihr wertvolle Ressourcen finden Leider ist der Weg durch diese Baumstümpfe versperrt Aber eure Leibeigenen sollten eigentlich in der Lage sein Die Blockade aufzulösen So Gut Da wir den Anfang jetzt haben, speichern wir einmal Pilgrim, wir benötigen deine Dienste Ja Keine Angst, ich verstehe was davon Welche Mission ist das? So Es müsste die Achte sein Norfolk Was? Ich stinke? Das kann nicht sein Ich bin frisch gebadet Letzten Monat erst So Und hier 20.000er Schacht Ich lasse nicht zu Dass die jetzt mir das ganze Eisen da wegholen Für das Volk Ich bin fertig hier Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Bergmann nimmt seine Arbeit in einer Miene auf Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchgeführt Zahltag Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen Einer eurer Helden wird angegriffen Aber gern Ja Kein Problem Oh, ihr steht hier sehr bequem Fehlt jetzt nur noch, dass Helias auch Gebäude bekehren könnte Ein Bauer beginnt Ein Bauer beginnt eure Siedler mit Mahlzeiten zu versorgen Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen Ja, ich bin auch wirklich mal auf die Reaktionen zur Review gespannt Wenn die fertig ist Ich glaube, ich werde sowohl Liebhabern des Spiels als auch denen, die es hassen, widersprechen Ich hab getan, was ihr wolltet All eure Wohnhäuser sind belegt Aber es gibt noch obdachlose Siedler Auf sie! Auf sie! Auf sie! Dafür brauchte er erst Redemption Sie scheppert Nichts lieber als das Ja In einem saftigen Kommentar lassen zum Review Darüber würde ich mich sehr freuen Weil der Algorithmus liebt Kommentare und Interaktionen So, wir operieren einfach nur deshalb die Burg Weil ich mich nicht gut damit fühle Wenn die auf halber Gesundheit ist Fertig, Meister Ähm Können wir die Komm Bekehr mal einen Leibeigenen für mich, Helias Sei mal nützlich Boom Ich finde das aber nicht so günstig, dass wir hier die ganze Zeit Vision haben Jetzt nachts bin ich mir ein bisschen zu einfach Ich bin fertig hier Kann ich jetzt Feierabend machen? So, komm Wir brauchen Konstruktion Genau, jetzt haben wir nämlich hier wieder die Bar Waren, aber die arbeiten auch mit Kerberos anscheinend zusammen Also, was ist jetzt hier der Deal? Ja Nieder mit Ihnen Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern Huch, dem können wir bestimmt auch später noch interagieren Wie ihr wollt Sehr wohl Nieder mit Ihnen Aber verdammt Feinde haben ein Held attackiert Natürlich So, I must consume drink Ja, mein Herr Wie ihr wünscht Seid gesegnet Natürlich So gut ich kann So gut ich kann Natürlich Ja, gern Binde dein Heil auf der Seite weg Da auch überall Kann der Klick hängen bleiben Fürchtet die Wunde nicht länger Feinde haben ein Held attackiert So, stopp, stopp Na gut Gut Lasst mein Volk in Frieden Geschafft Das lassen wir nicht Nieder mit Ihnen So stehen Ja So, ich mach mal den Weg da frei Okay So, die Frage ist Rekrutieren die auch Leib eigenen nach Oder unterbinden wir damit auch ihre Bauvorhaben Zahltag Ja, mein Lord Ja, mein Lord Ja, mein Lord Ja, mein Lord Na gut Wie ihr wollt Wie ihr wollt Wie ihr wollt Wie ihr wollt Gut So gut ich kann Sehr wohl Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht Jetzt sollen sie sehen mit wem sie es zu tun haben So Feinde haben ein Held attackiert Ja Spürt meine Klinge Nein, der Dude ist nicht OP Ich bin fertig hier Kann ich jetzt Feierabend machen? Wenn Gott es schon bin Folge der gerechten Sache Und deine Sünden Seien dir vergehen Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen Kommt Ich brauche euch Die Neibeigenen kamen von hier Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten Feinde greifen ihn an Ja, mein Lord Seid gesenkt Ja, ja, mein Lord Sofort Natürlich Wie ihr wollt Da werden sie schauen, die Schakale Ha, 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 ha So, weg her die mal bitte Ihr werdet angegriffen Wir werden halt auch eher stärker als alles andere Ja, mein Lord Ja, so gut ich kann Angriff Wir müssen es irgendwie schaffen Da das Gebiet zu halten Wir müssen sie fahren Seid schon ab? Ja, ja Natürlich Ja Helios, komm, du kannst mal einen der Leibeigenen bekehren. So, und hier bräuchten wir euch Pilgrim. Ja, ist gut. Ich glaube, wir müssen tatsächlich Ballista-Türme rushen. Für das Volk! So, das ist noch nicht so wichtig. Mir geht es einfach nur darum, dass die Leibeigenen noch nicht ständig hinlaufen. Na gut. Sehr wohl. Auf sie! Aber gern. Wird erledigt. Wenn's denn sein muss. So, fort. Ja. Aber gern. So, fort. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ari, kümmer dich drum. Ja. Natürlich. Was auch immer der davor hat. Wenn's denn sein muss. Ari! Na gut. Du sollst da hingehen. Wieso hab ich denn jetzt Erik hingeschickt? Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Zu platzieren. Ähm. So, fort. So soll es sein. Ist da noch ein Lehmschacht? Fertig. Meister. Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. Okay. Die wissen gar nicht, wo sie Hitten bauen wollen. Die haben keinen Platz zum Nächtigen. Zahltag. Angriff! So, den Rest müssten die erstmal freisprengen, damit sie's nutzen können. Einige Siedler haben nichts zu essen. Der Sieg wird unser sein! Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Es gibt zu wenig, bitte. Ähm. Ihr sammelt mal Holz. Wenn ihr schon nichts anderes machen könnt im Moment. Kein Problem. Es gibt nicht genug zu essen. So. Und Pilgrin benötigt ihn gemütlichst bald, damit er... Damit er es freisprengt. Für das Volk! Ich find das geil mit Helden. Ich find Helden sind ein gutes Storytelling-Tool, aber die Helden hier sind halt super Bastet. Für die Ehre! Also ich meine... Wir brauchen hier gerade keine Armee. Helias... Stärkt sich einfach die vom... Soldaten vom Gegner. Erek ist sowieso ne Ein-Mann-Armee. Angriff! Ihr entkommt mir nicht! Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpft! Folgt mir in den Kampf! Der Sieg wird unser sein! Ich hab getan, was ihr wolltet! Der Feind attackiert eure Siedlung! Angriff! Es gibt zu wenig Betten! Huch! Jetzt sind sie aber hier! Ich brauche eure Hilfe, meine Freunde! Aber das Gebiet da zu halten ist halt so extrem schwierig, aber wir brauchen Pilgrim. Ja! Zahltag! Einer eurer Helden wird angegriffen! Ja, aber da wird ja vor schon mal eben die Wehrpflicht, aber wir brauchen auch extrem viel Stein für die Kaserne. Aber macht mehr Sinn, ja. Ähm, ihr macht mal die Sachen... Elias, was machst du denn? Ich gebe mein Bestes. Mehr Fleisch für den Fleischwolf! Ich bin mal gespannt, können wir vielleicht die Barbaren schon früh neutralisieren? Wir müssen uns auch noch um Leonardo kümmern. Ich weiß, dass hier auch irgendein Timer läuft, aber ich weiß nicht, wann der anfängt. Also ob der schon von Anfang an läuft oder erst, wenn wir mit Leonardo gesprochen haben. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wenn ihr meint? Sofort! Zahltag! Fertig, Meister! Wie ihr wünscht, mein Herr! Warum kann ich die nicht sogar auffüllen hier? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Damit ich die Wettertechnologie bekommen kann, richtig? Sicher! Helft mir, ich kann nicht mehr schlafen. Zu viele schreckliche Dinge haben meine Augen gesehen. Ein beruhigender Trank wäre Balsam für meine geschundene Seele. Die Zutaten sind kein Geheimnis. Allein erreichen kann ich sie jedoch nicht. Pures, reines Wasser aus der Quelle von Opalinaris. Und die anderen Zutaten liegen schon vorbereitet hier in dieser Truhe. Ja, ist ja schön, dass die auf der anderen Seite der Map liegt. Keine Angst, ich verstehe was davon. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Baut euer Dorfzentrum aus oder errichtet ein neues, um mehr Siedler in eurer Stadt aufnehmen zu können. Nichts lieber als das. So, pass auf. Ari geht mal auf die Zwei. Wenn ihr wollt. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, sie muss sich ja mit der Tarnfähigkeit durchschlagen. Betrachtet die Sache als erledigt. Ja, ist gut. So, ihr geht. Was könnt ihr tun? Wenn's denn sein muss. Wenn's denn sein muss. Fältig. Beim Anblick der klaren Quelle entfaltet sich die pure Reinheit dieses Wassers. Nun fehlen nur noch die anderen Zutaten aus der Truhe. Oh, warte für die Springer. Bild vom Adler-Boy oben. Ja! Das ist so schlimm. Hallo? Wieso kannst du jetzt nicht... Wird gemacht. Wie ihr befehlt. Lehrt sie das Fürchten. Macht sie nieder. Ich glaub ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Mehrere Truppen... Ja, genau. War das Problem gerade. Das kann ich. So, noch ist es nur ein Aussichtsturm. Also, noch passiert da nichts. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Bis in den Tod. Oh, und er geht direkt greedy auf den Kanonenturm. So, pass auf, ihr... Wehrt die ab. Ich will nicht, dass der Kanonenturm die jetzt alle auseinander nimmt. Für das Volk! Helias, tu mal was Sinnvolles. Bekehr mal irgendwen. Bekehr mal den Zaun des Herrn! Auf in die Schlacht! Spürt meine Klinge! Fertig, Meister! Ihr werdet angegriffen. Geht mit dem Segen des Herrn. Hey Thies, willkommen zum Stream! Gott verdammt, Zahlin, was kannst du eigentlich? Die Falle ist aufgestellt! In Ordnung. Wie ihr befehlt. Lehrt sie das Fürchten! Ja, die Helden sind schon sehr bastelt, das stimmt. Ich wäre schon froh, dass ich jetzt nicht mehr die, äh... leib-eigenen Micronen muss. Konnte ich nicht mit dem auch noch irgendwann sprechen? Ach Mist, Aria hat's erwischt. Ja. Es sei. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wieso musst du das nicht mehr machen? Wegen, ähm... Wegen der Multiplayer-Mod. Die hat so ein Skript drin, dass die... Leibeigenen automatisch nach einer neuen Baustelle suchen. Wie ihr wollt. Elite-Krieger der Barbaren. Wie ihr wünscht. Elite-Krieger der Barbaren. Ja. Euer Wunsch ist mir Befehl. So. Angriff! Hallo Akbar! Oh, das ist glaube ich auch nicht gut gealtert. Wenn ihr es für richtig haltet... Ausbau vollbracht. So, wir müssen aber irgendwie die, äh... Barbaren da einschließen. Sie greifen an. Wieso sind hier noch keine... Okay doch, die sind da. Wenn jetzt Helias die Gebäude, äh... Die, äh... Die, äh... Gebäude, ähm... Wandelt himmlisch. ...bekehren könnte. Das wäre cool. Weil dann... Hätten wir jetzt... Ein Haus und, äh... Ein Bauernhof for free. Oder eine eigene Mine. Ich bilde erst mal das Gebiet überhaupt erst mal... sichern. Aber der schickt mir ja ständig irgendwas vorbei. So, Ari. Ein Held ist in großer Gefahr. Wenn ihr wollt. Ich hab doch die Kanonentürme schon zerstört. So, die halten nicht so viel davon, ihr eigenes Gebiet zu schützen. Ja. Wir erledigen das. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ja. So soll es sein. Endlich ein bekanntes Gesicht. Gut, dass ihr hier seid. Kerberos hat mich gefasst, als ich in den Bergen umher wandelte. Er hatte erfahren, dass ich die Technologie des Wetterwechsels entschlüsselt habe. Unter Folter gab ich mein Geheimnis preis. Er wird nun mit seiner Wettermaschine bald in der Lage sein, den Winter herbeizurufen. Sein Plan ist, über den gefrorenen See in Norfolk einzufallen und die starke Verteidigung der Stadt damit zu umgehen. Die Barbaren aus dem Westen werden... Ich glaub, meine Helden gehen gerade schon bei den Barbaren rein. Sie werden vom Westen über Norfolk her fallen. Unter diesem Ansturm wird Norfolk fallen. Ihr solltet versuchen, den Winter durch eine eigene Wettermaschine aufzuhalten und Norfolk militärisch beizustehen. Ich habe nahe meinem Gefängnis die Stelle entdeckt, wo Kerberos seine Schwefelvorkommen abbaut. Sollte es euch gelingen, ihn dort zu besiegen, wird er keine Möglichkeit mehr haben, Kanonen für seine Armee herstellen zu lassen. Aber es ist vielleicht gut, weil während der Cutscenes dürfte ja eigentlich alles unverwundbar gewesen sein. Nichts antun. Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Feinde haben einen Held attackiert. Kein Problem. So, Helias. Wandelt im Licht. Folge der gerechten Sache und deine Sünden kann sein dir vergeben. So, schmelzt die Türme. Wir werden siegen. Lasst mich eure Wunden versorgen. Ihr werdet angegriffen. Ja, die Bomben hauen auch gut rein, das stimmt. Vor allem, die müssten ja eigentlich auch von Eriks Fähigkeit profitieren. Sofort. Seid unbesorgt. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ey, die können ihre Truppen sogar normal ausbilden. Wieso kann ich das nicht? Auf in den Kampf. Das heißt, es wäre möglich gewesen bei der Kerberos-Kampagne. Hier. Wie ist das? Helias Fähigkeit funktioniert auf unbegrenzter Reichweite, oder? So. Im Leben nicht. Doch. Vergesst es. So, zwei von denen fühlen sich jetzt nicht zuständig, aber es ist okay. So, pass auf. Das könnte ein bisschen lauter werden. Da steht sie schon. So, komm, Erik. Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpft! Ich kann mich genau daran erinnern, dass Dario früher immer diese rosa Kleidchen trug und er sah so süß darin aus. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Und ich kann. Einer eurer Helden wird angegriffen. Einer eurer Helden wird angegriffen. Erik, kümmere dich um die andere Truppe, nicht um die, die Helias gerade bekehren soll. Wandelt im Licht. Dario, Fanboy confirmed. Ja, Mann! Boah, ich glaube, ich muss den Titel äh 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 ändern. Äh, nicht Adlerboy, sondern äh Adler äh äh Fanboy. Also für den Wort So, ist Sind die Barbaren jetzt komplett weg Wenn die Burg fällt Oder macht er dann nur Keine neuen Leib eigenen mehr Fürchtet euch nicht Adler-Boil-Fanboy-Fanart Ja, wieso gibt's das noch nicht, verdammt Ihr habt es so gewollt So, aber ich finde, man kann sich schlecht auf Den Siedlungsbau konzentrieren So So, Zahnräder mal erforschen Hatte ich den Schwefel-Dings schon freigeschaltet? Nein, aber hier ist noch ein Lebensschacht Huch, wann hab ich denn meine Leib eigenen hier weggeschickt? Und warum hab ich das getan? Das war dumm Kommission-Budget ist leer Okay, Leute, im Wort Wenn ihr sowas macht Oder regelmäßig mal Kunst irgendwie in Auftrag gebt Bitte We need this Spürt meine Klinge Ein Hild ist in großer Gefahr Da werden sie schauen, die Schakale Das Dorfzentrum ausbauen So, die reißen mal eben das mit den bloßen Händen ein So, dann Handelswesen Beziehungsweise für Wetter müssen wir Müssen wir in Alchemie gehen, ne? Das heißt, das ist das Nächste, was wir tun Zerstört mal den Steinstollen bitte Ich hab keinen Bock, dass die noch die Rohstoffe verbrauchen Alchemie und Labor Ja, ist ja gut Eins nach dem anderen So sei es Opa, mach mal Lass dich eines Besseren belehren, mein Sohn Lasst mich eure Wunden sehen Die haben noch eine Kaserne Ja, wobei ich glaub, das Dorfzentrum zerstören müsste eigentlich auch den Zweck erfüllen, oder? Oder ignoriert die KI-Bevölkerungslimits Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen Für das Volk Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben Ihr habt es so gewollt KI kennt kein Bevölkerungslimit Okay, dann müssen wir jetzt die Kaserne sein Ihr habt es so gewollt Sofort Jawohl Ja So, die Kaserne war aber vorhin hier Macht sie nieder Helias Komm, mach So, geht bitte nicht auf Helias Sondern geht auf Helias Mann, mach doch mal Lass dich eines Besseren belehren, mein Sohn Jawohl Seid gesehen Für das Volk Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen So Eisenmine Ist in Ordnung Ja Kein Problem Ihr baut schon mal das Dann können wir nämlich gleich tech rushen Ein schöner Ort, um tätig zu sein Was sagt die Hochschule Feinde greifen ihn an Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei Fertig Der Tag der Abrechnung Steuern und Sold werden gezahlt Meinen Verbündeten soll nichts geschehen Alle Bauernhöfe sind belegt Einige Siedler haben nichts zu essen Ich hab getan, was ihr wollt Alle eure Wohnhäuser sind belegt Aber es gibt noch obdachlose Siedler Ihr habt es so gewollt Heureka Einer eurer Helden wird angegriffen Ich bin fertig hier Kann ich jetzt Feierabend machen? So, jetzt müsste aber eigentlich Hier alles Geregelt sein Aber ich brauche Pilgrim Wie ihr wünscht Ja Sofort Kein Problem Ja, ja Für das Volk So, ja, wir brauchen mehr Schwefel Aber wir können schon mal die Universität ausbauen Dorfzentrum Lohnt sich inzwischen auch Ein Alchemist beginnt seine Arbeit So, ich weiß gerade nicht Hier, den Zaun bekam man glaube ich weg, wenn man ihm geholfen hat Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das gut ist Aber wir haben jetzt einfach schon 46 Minuten auf der Uhr Ich glaube, wir sind ein bisschen spät dran mit dem Wetterkraftwerk und allem Wobei, wir haben noch gar nicht, ich glaube, die Sequenz ist ja noch gar nicht gekommen Deswegen Hier ist noch nicht verfügbar Also ein bisschen Zeit dürften wir noch haben Das gibt ein feines Feuerwerk Es ist Zahltag Ausbau vollbracht Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten Feinde greifen ihn an So Gibt es hier irgendwas an Rohstoffen, die die Hier Holt euch mal das Eisen So, Pilgrim So, er will jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen Das lassen wir mal schön sein Im Namen des Herrn Das Gebäude ist nun ausgebaut Geschafft Fertig Ähm, ich hätte gerne mal vier Leibeigene, die rüber nach Norfolk gehen Einfach, dass wir da ein bisschen Vision haben So, hier dürfte ja jetzt eigentlich Ruhe sein Also es dürfte nur von einer Seite was kommen War hier noch irgendwas, was freigeschränkt werden konnte? Nee Nur hier drüben Aber wir können den Stollen ausbauen Sobald die Schicht vorbei ist Oh, die müssen so weit laufen Aber der E-Zentrum nicht mehr Metallurgie brauchen wir noch Aber das können wir noch nicht erforschen Hier machen wir mal ein Stadtzentrum draus Oh, warum sind denn nur die zwei dahin gelaufen? Aber die waren noch nicht draußen Sag mal so, ich glaube Speicherplatzoptimierung hat an Bedeutung verloren Einmal weil Speicherplatz günstig ist Und du hast ja auch dadurch, dass viel inzwischen ja Nur noch online vertrieben wird Einfach nicht mehr das Problem, dass die Datenträger nur begrenzte Größe haben Oh, vollbracht So, geh mal das hier holen Oh, warte Da kommt sie gar nicht hin Also nicht ohne Weisheiten mit Ari Ja, die Helden haben alle so Sprüche Wenn man sie oft genug selektiert Pass auf, ich Wir bauen hier schon mal Für Wetterkraftwerk und Wetterturm Gibt es eigentlich Steuergruppen? Ja Gab es auch in Siedler 4 schon So, reicht es, wenn Bei dem Spiel ist es egal, wer das macht Ja, reicht So, fahrt Jupp Na gut Aber gern Steuergruppen Steuergruppen sind grundsätzlich eigentlich immer mit Steuerung und der Zahl Ich weiß, dass S4 noch ein Menü dafür hat Aber das ist halt nur zum Auswählen Nicht zum Zum Festlegen Jedenfalls wüsste ich nicht, dass man darüber festlegen kann So, können wir irgendwas mit Tributen hier machen? Nein Nein Fertig, Meister Nichts lieber als das Heureka Zahltag Kommt Leute, mach mal ein bisschen schneller hier Ich meine zwar, dass der Angriff nicht sofort erfolgt, weil es Winter wird, aber ich will es nicht darauf anlegen Habt Dank Ehe ich mir den Trank bereite, öffne ich euch noch den versteckten Pfad in Kerberos Lager Wäre natürlich sinnvoll gewesen, den vorher zu haben, dann wäre es auch einfacher gewesen, dir den Trank zu bringen, ne? Und nehme meine restlichen weltlichen Gütern, ehe sie mich zur Sünde verleiten Was habe ich denn jetzt alles bekommen? Hätte ich mal einen Vorher- und Nachher-Vergleich machen müssen Und die Kirche gibst du mir nicht! Truppen sammeln sich erst Ja, ich weiß, im Norfolk habe ich so ein bisschen so ein Kindheitstrauma Weil das ja mit so einem unsichtbaren Timer arbeitet So, wir haben Metallurgie So, wir haben Metallurgie So, Ari Gesehen und ungestört Gesehen und ungestört Es ist Zahltag Aber gern Wäre vielleicht mal gut meine Schwertkämpfer zu upgraden Nichts lieber als das Mal ein Pferden lesen Mal ein Pferden lesen Mal ein Pferden lesen So, ja Hier kommt gar nichts mehr Natürlich Ich glaube, so eine Notiz dürfte ich auch mal gemacht haben Dass man die Erstmal die Barbaren so leicht wegkriegt Ist das hier komplett unbelegt? Forschung abgeschlossen Ich wollte schon sagen Kann ich jetzt Feierabend machen? Gut Ich habe getan, was er wollte Dafür zerstören wir mal hier die Sachen Zum Glück, das braucht ja auch Kerberos das hier überhaupt nicht Dass jetzt hier alles frei ist Aber ich glaube, das wäre auch ein bisschen bescheuert Weil dann Würdest du den Spieler dafür bestrafen, dass er die Quest macht Ihr könnt euer Hauchthaus ausbauen Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich Es ist Zahltag Ich glaube, ich habe einen Trigger zu viel für diesen Sound Weil ich sehe das nämlich nicht im Den Trigger nämlich nicht im Dings Im OBS Ich glaube, das war für ein Follow Wenn du im Fog of War eine Zahl bei der Mine siehst Dann ist sie nicht belegt sonst schon okay Streitet furchtlos Streitet furchtlos Ha! Der Sieg wird unser sein! Folgen mir dem Kampf! Der Sieg wird unser sein! Ein Hild ist in großer Gefahr Ihr entkommt mir nicht! Ein Griff! Kommt! Ich brauche euch! Aber gern? Ja! So, Laboratorium Lass ihm mal erklären Warum man die selben Technologie immer wieder neu entwickeln muss Weil sonst das Spiel nicht funktioniert Fertig! Meister! Angriff! Was ein schönes Tag! Aber Elias, IMD-Mitration Angriff! Einige Siedler haben einen schönen Platz zum Nächtigen Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten Feinde greifen ihn an Das Gebäude ist ausgebaut Es ist Zahltag Perisch! Natürlich! Auf in die Schlacht! Das hat mich in derartigen Schwierigkeiten gestört Äh, Colonia Prima Wird das aber auch so handhaben müssen Sonst würdest du ja nach der ersten oder zweiten Mission immer mit voller, äh vollen Tech starten Oder auch in Multiplayer Games Das funktioniert nicht Ah, wir können die Uhr noch nicht bauen, ne? Forschung abgeschlossen Ähm, Sanim holen wir grad die Kiste Das ist aber auch so ein dauerhafter Objective Marker, ne? Ich würde mich darum sorgen, weil Kalif Nichts drin So haben sie es tatsächlich, äh, erklärt in der Nebelreich Kampagne Dass du am Anfang noch nicht alle Technologien hast Du fängst, glaub ich, so mit So Mittel Wert hast du so, glaub ich Von den Technologien, die du erforschen kannst Was ist So, jetzt kann aber eigentlich nichts mehr schief gehen Ja, das ist die erste Mission Weil, dann Wetter, Technologie, das war alles, was uns noch gefehlt hat Für das Volk Für das Volk Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern Nieder mit ihnen Forschung abgeschlossen Ja, das haben wir bei Siedler 3 ja schon festgestellt, dass, äh Das teilweise auf der gleichen, wirklich auf der gleichen Map stattfindet Aber auch dann auch schon mal eine Siedlung auch schon da ist Zwar nicht die, die du vorher gebaut hast, aber zumindest eine Siedlung So Jetzt müssen wir nur noch warten, bis Leonardo Aber das ist echt ein großzügiger Timer Kann es sein, dass der wirklich erst losgeht? Wobei, es hieß ja gerade, der wäre hardcoded Aber dann ist der ziemlich großzügig Ich habe auch eigentlich nicht wirklich den Bedarf, hier groß noch was zu bauen Außer vielleicht halt, wie gesagt, die Uhren Aber gern Bisschen an Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja Na gut Grenzscheine gibt es auch nicht. Nee, aber das sind Objective-Marker hier. Okay. Erst ausbilden und dann upgraden. Ja, aber ich habe nicht vor, groß was zu machen damit. Das ist eigentlich mehr nur so für den Notfall. So, wir brauchen die Zitadelle. Ich habe getan, was ihr wolltet. Ja, weil Creative Dunn könnte sogar Stellaris was sein. Allerdings kann ich das Spiel einfach aus technischer Sicht nicht empfehlen. Aber da hast du halt wirklich ein eigenes Reich, was deine Technologie erforscht. Und wenn du ein neues Spiel anfängst, dann ist es halt, musst du halt neu erforschen, weil du wirklich mit einer komplett neuen Spezies arbeitest. Wir erledigen das. Wenn du nicht gerade wieder die gleiche gewählt hast. Ich habe getan, was ihr wolltet. Seid unbesorgt. Na, kommt. Also, wieso konnte man hier nicht mit... Man hat sonst für jeden Angriff einen Timer gehabt. Wieso musste man hier mit einem unsichtbaren Timer arbeiten? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So gut ich kann. Gut, dass sie wenigstens nicht auf die hier schießen, aber automatisch wissen, dass das meine sind. Dort oben im Baum. Ausbau vollbracht. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Der ist doch nicht. Wenigstens bauen sie die Minen nicht neu. Das ist das Rote links auf der Map hier. Die haben einen Aussichtsturm versucht zu bauen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ah, bauen wir noch ein Laboratorium? Weil wir können sowieso nicht beide Techniken parallel erforschen, ne? Geht ja nacheinander. So, und den Wettertum können wir eigentlich auch hier bauen. So, jetzt ist das auch erledigt. Das ist ja auch mit den... Hier war doch vorhin auch noch ein Leibeigener, dass man mit dem nicht sprechen kann. Dann wird nicht irgendwas erzählt über die Barbaren. Ne, den Wettertum können wir ja noch nicht bauen. Wir können, wir warten ja auch noch darauf, dass Leonardo sein Ding, seine Forschung für uns zur Verfügung stellt. Das ist das Problem. Oh, im Blick waren 1,10. Okay. Das ist großzügig, das Zeitfenster. Ne, ich baue keine Schwefelminen da drüben. Ich baue ab genug Schwefel. Ich baue auch die Leibeigener aber hier. Interessiert mich aber nicht, weil der Verbündete eh klarkommt. So, 1,10. Mal sehen, ob das reicht. Hallo? Wie lange wird das Spiel uns noch warten lassen? Wie lange wird das Spiel? Ja, Sie sind. Irgendwas stimmt nicht. Es wäre schlecht. Ausbau vollbracht. Wenn ihr meint, es ist Zahltag. Imagine, ich habe jetzt einfach irgendeinen Trigger kaputt gemacht, weil ich die getötet habe. Aber ich hatte eigentlich noch nie Probleme mit Skript-Sachen, die nicht mehr funktionierten in diesem Spiel. Dario trägt gar nicht sein Kleid. Das Fanart, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen. Ich muss das ins Thumbnail irgendwie reinkriegen. Ich hatte eigentlich vor, irgendwie ein Bild von Ari zu nehmen, weil sie ja in der ersten Mission, die wir heute gespielt haben, so wichtig ist. Aber du kannst sogar Kerbe aus Vorhersien und die Mabry Zorbs dem noch. Ja, immerhin. Ich glaube, da sind welche am Böllern. Ganze ganze 30 Stunden oder 29 Stunden zu früh. Ich wäre auch eine Motte, dass du das Modell von Dario austauscht. Ja, bitte. Hier lässt es sich gut leben. Ich glaube, den restlichen Abend verbringe ich gleich damit, Dario Drag Queen Thumbnail zu machen. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Der Tag der Abbrechen steuern und sollte bei den Toren noch ein paar Kanonentype. bei den Toren kommt doch nichts. Warum? Hier passiert doch nichts. Da kümmert sich Norfolk drum. Ja, da kommen die später, aber es ist egal. Da passiert nichts. Ja, die müssen doch nur die Tore zumachen. Wir haben doch festgestellt, Mauern und Tore, da kommt niemand durch. Hast Kanonen, aber gegen Türmen? Nein. So, 1,14. Hoffentlich endet jetzt endlich mal dieser Timer. Also, irgendeinen Trigger hätten sie vielleicht reinmachen können. Einstmals hatte König Cairon, ein wahrhaft weiser Mann, den Orb in seiner Obhut. Doch da das alte Reich bedroht ward und das Old Kings Castle zu fallen drohte, fasste er den Entschluss, den Orb sorgfältig zu teilen und die glänzenden Stücklein in die entlegensten Winkel des Reiches zu zerstreuen. Hierzu sandte er seine trefflichsten Männer hinaus, denn nimmermehr durfte ein Teil in unwürdige Hände gelangen. Das Herzstück allein, welches an einer güldenen Kette hing, vertraute er seinem einzigen Sohn an, welchen er mit seiner Mutter in die Obhut des älteren Bruders Helias gab. Selbiger führte die Königin und den kleinen Dario hinfort, fernab des alten Reiches. Die Königin, wohl ahnend, dass sie des Gatten Antlitz nimmermehr wiedersehen würde, ward von da an bis zu ihrer Todesstunde von dunklen Trauerschatten gezeichnet. Es ist so geschehen, wie ich voraussah. Kerberos hat es geschafft, den Winter herbeizurufen. Seine Truppen werden sich hier sammeln und dann zu einem finalen Vernichtungsschlag ausholen. Das gleiche gilt für die Barbaren aus dem Westen, die sich hier sammeln werden. Nö, nicht mehr. Nehmt nun meine Pläne der Wettermaschine und eilt euch. Ohne eure Hilfe wird Norfolk fallen, wenn sie geballt zuschlagen. Gut, aber viel Spielraum dürfte er eigentlich auch nicht sein mit, äh, mit dem Boten, weil der ja auch von alleine weitergeht. Und again? Und again? Warte, wir können erst den Wetterturm bauen, aber wieso kann ich erst den Wetterturm bauen und dann das Wetterkraftwerk? Ich brauche es in umgekehrter Reihenfolge. Fertig, wenn es denn sein muss. So, drei Wetterkraftwerke, gehöre ich. Am wenigstens stellt Norfolk auch hier ein paar Truppen auf. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Ausbau fertig. Nichts lieber als was. Ausbau fertig. Vor allem, dann warten sie auch noch 20 Minuten. Und ich mache mir hier Stress. Ausbau fertig. Fertig, Meister. Fertig. Ich habe getan, was ihr wolltet. Also die eigentliche Challenge ist hier wirklich, wenn man hingehen will und bei Kerberos aufräumen will. Fertig. Kerberos ist gar nicht so viel stärker als der Rote. Ja, vor allem, ich, ich, ist auch plottechnisch. So, ich habe eigentlich immer so eingeordnet, dass die Barbaren zu Mordred gehören, aber das passt auch nicht. Also die Barbaren sind einfach da, aber sie arbeiten irgendwie mit Kerberos zusammen, aber machen auch irgendwie ihr eigenes Ding. Das Spiel ist da sehr, sehr unklar. Zeitd Job Zeitd Job Also ich finde, die Zeit hätte man halbieren müssen. So, lassen wir es Sommer werden. Es wird wieder wärmer. Die dicken Mäntel können nun weg. Durch die Aktivierung der Wettermaschine wurden große Teile der Angriffsarmeen von den eisigen Fluten verschlungen. Aber es ist jetzt Sommer, die sind nicht mehr eisig. Aber trotzdem werden die dunklen Heerführer keinen Schritt zurückgehen. Der Angriff wird stattfinden. Kampf bis zum letzten Mann. So lautet der brutale Befehl von Kerbeross an seine Krieger und die Barbaren. Ja, Kerbeross ist anscheinend nicht super kompetent als General. Ja, aber wie gesagt, da passiert unten nichts. Wir kümmern uns darum. Das war so ein freier Haus, elf, what? Ja, ich hatte irgendwie im Kopf, dass die Mission automatisch endet, wenn man Sommer macht. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Fertig, aber gern. Ein Chat, Dario. Ne, Dario. Also, wenn hier jemand ein Giga-Chat ist, dann ist es doch wohl ganz klar Erik. Der sieht sogar schon ein bisschen Giga-Chat mäßig aus. Ausbau vollbracht. Komm, wir machen's wieder Winter. Wir trollen Kerbeross. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Ausbau vollbracht. Es gibt aber nicht wirklich noch was zu tun für uns. Ja, theoretisch können wir einen Schießstand hier bauen. Und an den Bogenschützen investieren. Mehr. Ja, ich weiß. Die Fabrik muss wachsen. Eine neue Technologie ist erforscht. Ich glaube, Kerbeross sammelt so lange getrunken, bis der Timer abläuft. Deswegen wird das wahrscheinlich nicht reichen, wenn ich die einfach töte. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, ähm, äh, Lichtung am Holzgefänt. Es ist Zeitdorf. Wer mal im Mittelalter das Retter ändern konnte, warum ich das heute nicht mehr... Weil wir den Orb nicht mehr haben, wahrscheinlich. Also mein Tipp, wenn ihr euch ein bisschen herausfordert, weil es auf dieser Mission geht, einfach total brutalo. Ignoriert die Missionsziele und plettet einfach beide Siedlungen. Macht euch keinen Stress mit dem Wetter oder so. Ey, das wäre es doch, wenn das One Piece das Wetter manipulieren könnte oder so. Ich meine, das wäre etwas, was man als Pirat durchaus nützlich wäre. Und es wäre mächtig genug, dass es ein sehr wertvoller Schatz ist. So, die Frage ist, können wir hier irgendwo einen Schießstand bauen? Sieht aber nicht so aus. Können wir uns direkt bei Norfolk vor die Haustür bauen? Aber gern. Ja, ist gut. Es ist Zeitdorf. Wegen ist Uhren so viel. Ja, Uhren sind halt günstig, wenn du sie einmal freigeschaltet hast, weil sie nur Holz und Taler kosten. Ich glaube, wenn das One Piece die Dragon Balls sind, dann implodiert das Internet. Pass auf. Ari, sei mal so gut. Sicher. Wie ihr wollt. Ich brauche die Dienste deiner Bande. Fertig, Meister. Das Ding ist ja, Helden passiert ja auch nichts, wenn sie ertrinken, weil sie dann einfach beim Haupthaus wieder spawnen. Wir haben tatsächlich alle sieben Dragon Balls bei uns, beziehungsweise Tiger hat sie. Wie ihr wollt. Fertig. Ich brauche eure Hilfe, meine Freunde. So. Triggert die mal bitte. Okay. Ihr werdet angegriffen. Es ist Zeitdorf. Seht nur, es klart auf und wird wieder warm. Aber das reicht noch nicht. Wie Moses. Ja. True. Das ist mir auch so aufgefallen. Dario mit seiner Adlerblickfähigkeit müsste eigentlich als Hexe verbrannt werden. Und dass auch niemand in diesem christlich geprägten Land etwas dagegen hat, das Wetter zu manipulieren, finde ich auch weird. Es schneit. So, die Helden gehen mal ein bisschen hier scouten. Ich glaube, ich war noch nicht hier in der Gegend. Also in keinem Playthrough, glaube ich. Aber das ist mir sehr sachsinn. Sehr wohl. Gut. Wie ihr wollt. In Ordnung. Forschung abgeschlossen. Wie ihr wollt. Ja, mein Lord. So gut ich kann. Ja, der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ja. Ja. Wie ihr wünscht, mein Herr. 130 Taler. Ja, manche Kisten sind irgendwie auch sehr seltsam balanciert. So manche sind komplette Game Changer, wenn du sie findest. So 1000 Lehm am Anfang oder so. Jetzt hast du hier eine, an die du erst sehr spät überhaupt drankommst. Wo eigentlich gar nichts drin sein kann, was so wertvoll wäre, dass du da am Anfang hingehst. Und wie ihr wünscht, mein Herr. Also das ist, dass sie, ne, dass es noch einen Unterschied macht, wenn du sie bekommst. Ja, mein Lord. Und dann machen sie einfach 130 Taler rein. Wie ihr wünscht, mein Herr. Alles recht. 360 Taler. Ja, mein Lord. Auf sie! Ja, mein Lord. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Auf sie! Lasst mich eure Wunden sehen. Okay, hier ist aber echt gar nichts. Wie ihr wünscht, mein Herr. Zahltag. Einer eurer Helden wird angegriffen. Der Sommer kehrt zurück. Hier gibt es jetzt nichts mehr. Wir haben alles abgebaut. Es schneit. Es geht einfach nichts mehr zu tun jetzt für uns. Also klar, wir könnten jetzt angreifen, aber das bringt jetzt auch nichts mehr. Aber mal ganz ehrlich, welche Auswirkungen hat Wetter überhaupt im Multiplayer? Weil ich meine, sobald zwei Spieler mal so Wetter erforscht haben und so vier Wetterkraftwerke gebaut haben, muss doch eigentlich das Wetter umschlagen wie ein Jojo, theoretisch. Zumindest wenn das eine Rolle spielt, um den Gegner erreichen zu können. Wetter im MP ist nochmal verboten. Ja, das klingt aber irgendwie nicht sehr darauf abgestimmt, dass es mehr als ein Spieler hat. Zeitag. Aber irgendwer hätte ich im Kopf gehabt, dass... FFVD, danke fürs Rehabo. 32 Monate einfach schon. Ich hatte aber auch irgendwie im Kopf gehabt, dass es einen Ausbau für das Wetterkraftwerk gibt, aber dann war das nur das Laboratorium. So. Die große Frage. Schickt Kerberos jetzt genau eine Truppe? Oder... Werden es sogar zwei. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wie er, vielleicht bin ich real. Ja. Die voix. Der Timer ist schon rot. Jetzt wird es gefährlich. Oh, guck mal, da ist sogar noch eine Kanone. Was soll ich nur tun? Das ist ein bisschen nett, sind die Truppen von Norfolk auch aufgehalten. Also, ich behaupte mal, das müsste es jetzt gewesen sein. Ah, okay, wir können nicht ausbauen, solange noch jemand trainiert. Das geht nicht. Nur upgraden von Einheiten selber. Ähm, Spiel. Spiel, es gibt jetzt nichts mehr zu tun. Gut, ich kann mir vorstellen, dass das Spiel noch so eine Minute laufen soll, bevor dann irgendwie geguckt wird, ob es entschieden ist. Sei mal so, versuch mal mit so einer schweren Rüstung zu schwimmen. Die Belagerung von Norfolk war aufgehoben. Auf dem Schlachtfeld blieben nur die Zeichen der ehemals erbitterten Kämpfe zurück. Ja, voll. Wenn gleich dieses stolze Hochländervolk erst jedwede Hilfe ablehnte, gab es nun dankbar zu, ohne die Hilfe der Heldengemeinschaft verloren gewesen zu sein. Langsam konnte wieder das normale Leben in Norfolk aufgenommen werden. Nee, das war die letzte Mission heute. Wir sind schon fünf Stunden dran jetzt. Unseligerweise gab es vom Hochland keinen direkten Weg nach Old Kings Castle, da die dunklen, unüberwindbaren Gebirgszüge beide Länder voneinander trennten. Das nächste Ziel sollte demnach Calois sein. Ein Land, das von einer Comtesse regiert wurde, die unbarmherzig und rücksichtslos ihr Volk unterdrückte. Okay, gezielt hier Tipps, weil das hier wäre eine Mission, da wäre der Tipp aus Barmessia vielleicht angebracht gewesen. Ja, das haben wir gemacht. Yo, das ist total überflüssig. Okay, dann haben wir praktisch den Halbzeitpunkt erreicht. Ich danke fürs Dabeisein und wir sehen uns im neuen Jahr wieder für die weiteren Streams und für die Review. Bis dahin. Moment, la hai.